TOR IN RESPONDEN! Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 35. Wir nehmen auf am 15. Januar. Wir melden uns zurück aus der Winterpause. Ja, wir, das ist, mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich ebenfalls wie immer mit am Start Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar. Servus Sonja und hallo liebe Hörer. Ja, hallo liebe Hörer. Wir hoffen, ihr seid auch gut ins neue Jahr gekommen. Ja, wir sprechen heute über die letzten paar Spiele vor der Winterpause. Unsere letzte Folge liegt ja schon ein wenig zurück. Dann machen wir mal so eine kleine oder vielleicht auch größere Halbzeitbilanz. Es ist ja gerade so kurz nach Mitte der Saison. Das übliche Dies und Das. Es gibt noch ein Spieleabgang, ein Spielezugang. Das habt ihr sicher schon mitbekommen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und bevor es losgeht, möchte ich euch aber auf etwas hinweisen. Und zwar haben wir gerade eine Umfrage für Leser des Blogs und natürlich auch Hörer des Podcasts. Und wer noch nicht mitgemacht hat, bitte macht doch da mal mit auf stehblog.de direkt oben zu finden. Das würde uns wirklich helfen. Es gibt nur so ein paar zu fragen, was ihr lest bzw. hört. Also jetzt aus unseren Angeboten, was euch davon interessiert, was können wir besser machen. Wir machen das ja schließlich für euch. So. Du hast ein bisschen geklungen wie Florian Sibberl. Für die Menschen. Da habe ich keinen Vergleich. Aber wenn du das sagst. Ja. Du bist ja die Musikexpertin. Da bist du sicherlich auch in diesen Shows. Musik in Anführungszeichen in dem Fall. Ja, was heißt in dem Fall? Das ist doch meistens so irgendwie dein... Hör mal hier. Geh mal über Fußball. Das kannst du besser. Genau. Bevor es losgeht, haben wir noch zwei Grüße. Zum einen Gruß. Ich glaube eben nicht, dass er uns hört. Aber er hat uns was geschickt zum zehnjährigen Blogjubiläum. Unser Freund Heinz Kampke heißt auf Twitter. Den echten Namen verraten wir an dieser Stelle nicht. Der hat uns Haribo Winterkonfekt. Genau. Der Micha raschelt auch mit der Tüte. Ganz professionell, wie sich das gehört. Wir haben es nicht aufgemacht. Die anderen mögen das nicht. Ich werde das irgendwann allein essen. Vielen Dank dafür. Danke. Danke Kampke. Danke Kampke. Und alle anderen, die uns noch nachträglich was zum zehnjährigen Blogjubiläum, was bereits im November stattfand, schicken möchten, nur zu. Gerne auch was Leckeres. Gerne auch was Leckeres. Frau Riegel hätte gerne Bratwurst. Nee, was magst du? Boah, ja, so eine Bratwurst mit der Post. Ja. Schon ganz geil, ja. Oder vielleicht so einen Curry King, den kannst du einpacken. Naja, einen Riegel für Frau. Schokoriegel. Müsli-Riegel. Jedes Mal ein Stück Schokolade, wenn ich den Witz in meinem Leben gehört habe. Ja, hier noch nicht, glaube ich. Ja, ich habe mich bisher, ich habe mich bisher, 34 Folgen lang konnte ich mich beherrschen und jetzt kommst du. Aber mit dem Witz kriege ich oft Schokolade geschenkt, also das hilft mir mehr, als dass es nervt. Ah, nicht schlecht. Ja. Okay, außerdem grüßen wir noch den Martin, bei dem bin ich relativ sicher, dass er uns ab und zu hört, vielleicht sogar auf Spotify. Ach, der ist das. Genau, der ist einer von den Spotify-Hörern. Vielleicht hört er uns auch im Podcatcher, ich weiß es nicht. So, jetzt geht es aber los. Was haben wir denn als erstes? Das, was wir immer als erstes haben. Was wir immer als erstes haben, nämlich unser allseits beliebtes Groundhopping. Sonja, erzählt uns, wie üblich, von ihren Reisen in die weite Welt des Fußballs. Ja, dieses Mal habe ich sogar wieder was. Nachdem ihr ja so ein bisschen mir schräg kamen die letzten Male, dass ich da nicht viel mitgebracht habe, habe ich gedacht, komm, wenn ich wieder was zu erzählen habe, fliege ich mal nach England. Ach komm, haust du mal richtig einen raus. Das habe ich vor Weihnachten gemacht, habe ich mir rausgesucht, drei Tage, drei Spiele. Klingt nach einem Plan. Drei Erstliga-Stadien, also war auch ganz gut was gemacht. Und zwar angefangen habe ich bei Everton, gegen Watford haben die gespielt, das war ein Montagabend Premier League Spiel. Und das war ganz gut. Also ich weiß, dass Micha mich beneidet hat, nachdem er die Zusammenfassung angeguckt hat, weil das Spiel ziemlich geil war. Aber nur aufgrund der Zusammenfassung. Auf Datsen. Nee, ich habe nur den Spielbericht gesehen, nachdem er. Ach so. Sonja, okay. Postet hat er, dass sie da ist und da ging es ziemlich ab. Ja, genau. Also ich bin an dem Morgen halt sehr früh hingeflogen und dachte dann auch so, boah, ob ich das noch durchhalte so da spät abends und wurde dann zur Halbzeit auch ganz schön müde. Aber dann ging es noch so ab, dass ich tatsächlich auch gut wach geblieben bin. Also es war so, dass Everton 1-0 in Führung ging durch ein sowas von klares Abseits-Tor. Also da saß ich auch direkt auf der Linie. Das hat man sofort gesehen. Schiri hat es halt nicht gesehen. Videobeweis gab es da auch nicht. Und 1-0. Haben die den nicht jetzt auch in England irgendwie? Ja, aber jetzt also zu dem Zeitpunkt, da hätte der auch schon wieder sehr blind sein müssen. Die haben nur die Torlinien-Technologie. Die haben sie auf jeden Fall. Ja. Aber ich dachte, da wäre jetzt auch irgendwas mit. Das kommt, glaube ich, zur neuen Saison. Ja, meine ich auch irgendwie sowas. Aber also auf jeden Fall, das ist unmöglich, kannst du einen Videobeweis gegeben haben, weil das war so klar. Das hätte ich denen sagen können, mich hat halt keiner gefragt. Und dann in der zweiten Halbzeit hat Watford relativ schnell zwei Tore gemacht. Das war auch so ein total dufe Tor. Oder also so ein Eigentor, nachdem der Ball vom Pfosten so hart zurückgeprallt war, dass der Verteidiger nicht mehr weg konnte und so. Okay. Auch ganz gut. Dann bekam Everton irgendwann einen Elfer, hat den verballert. Und dann sah es schon so aus, als würden die das Ding halt daheim verlieren. Und dann in der Nachspielzeit durch ein direktes Freistoßtor haben sie dann noch das Unentschieden gerettet. Sehr schön. Da war ganz gut was los. Stadion, weil ich dann auch zum ersten Mal war, hat mir ganz gut gefallen. Von außen vor allem. Das ist der Goodison Park in Liverpool, muss man dazu sagen. Was ist in Everton? Ist das eigentlich ein Stadtteil oder warum heißen die Everton? Ich meine, es ist ein Stadtteil, der so heißt. Okay. Und das ist auch wirklich nur so ein Kilometer durch den Park getrennt von Enfield. Ja, genau. Das hat man schon oft gehört, dass diese direkt nebeneinander sind. Ja. Und also von außen fand ich das Stadion richtig schön. Von innen, ja, also das Problem war, die Karte hatte ich über einen freien Verkauf und da gab es auch noch einiges. Und es war auch am Ende nicht ganz ausverkauft. Aber alle Karten, die es da noch gab, waren gelabelt als Sichtbehindert. Okay. Weil da halt ähnlich wie in der Britta Arena einfach überall so scheiß Pfosten stehen. Ja gut, das geht ja noch im Pfosten. Ich meine, manchmal hast du ja wirklich, dass du so halb hinter einer Mauer sitzt oder irgendwas. Ja gut, aber diese Pfosten sind halt auch total nervig, wenn du die im Sichtfeld hast. Und ich hatte dann, ich hatte nicht wirklich einen Pfosten vor der Nase. Ich habe mir dann einen weiter oben geholt, einen Platz. Das heißt, da habe ich eigentlich das ganze Spielfeld gesehen, aber die gegenüberliegende Tribüne nicht komplett, weil dann das Dach irgendwann sozusagen wieder in mein Sichtfeld kam. War auch ein bisschen doof. Also ich habe so lieber den Gesamteindruck vom Stadion, aber ging dann irgendwie. Also es war von außen schöner als von innen. Das ist aber in Old Trafford ja eigentlich genauso, weil das Dach ja auch so nach unten, also zum Spielfeld hin geneigt ist. An manchen Stellen ja. Ja, also zumindest da, wo ich damals stand. Ja. Okay. Ja, schön. Dann ein Highlight war natürlich Liverpool gegen die Apple Champions League, letzter Vorrundenspieltag. Das heißt, am nächsten Tag bist du gleich auf die andere Seite des Parks. Du hast im Park geschlafen wahrscheinlich. Ja, wie ich das immer mache, auf meinen Touren natürlich. Auf der Parkbank. Nein, ich habe natürlich. Im Dezember in England. Ja, geil. Ja. Kann man später noch viel von erzählen. Nein, ich war da natürlich auch so ein bisschen in der Stadt noch davor und die Beatles besucht, was einem so halt in Liverpool einfällt. Die Beatles besucht? Die Beatles besucht. Tee getrunken. Immer auch in England, klar. Tee mit den Beatles getrunken. Alle überlebenden Beatles waren da. Ja, natürlich. Und die anderen auch, die sind extra nochmal rübergekommen. Ah. Nee, aber dann, also Liverpool gegen Neapel, letzter Champions League Vorrundenspieltag, es ging auch noch um richtig viel, also es war ja die Gruppe mit PSG. Ja, ja, ja. PSG hat auswärts gewonnen und dann war klar, dass irgendwie da halt der Sieger auch weiter kommt und ein Unentschieden hätte Neapel gereicht und Liverpool musste gewinnen. War das nicht irgendwie, aber dann ging es dann auch noch darum, wenn Liverpool glaube ich dann irgendwie 2-1, da hätte es schon wieder nicht mehr gereicht oder irgend sowas wegen direkter Vergleich und sowas. Ja, das stimmt, da war so ein bisschen Durcheinander, das habe ich selber irgendwann nicht mehr verstanden. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber das war auf jeden Fall irgendwie ziemlich haarig. Ja. Das Witzige ist ja, also gegen Neapel, gegen Carlo Ancelotti und dann führte Liverpool 1-0 und man konnte dem Spiel nicht so direkt ablesen, wem das jetzt reicht und wem nicht. Also das muss ich dann tatsächlich auch kurz mal nebenbei nachgucken, weil das Klopp-Team hat trotzdem weiter nach vorne gespielt und das Ancelotti-Team hat halt trotzdem hinten drin gestanden. Ja. Obwohl das dann gereicht hätte und am Ende auch hat, also Liverpool hat 1-0 gewonnen. Aber das war am Ende auch ein richtig wildes Spiel, weil Liverpool war drückend überlegen. Wir haben ja dann irgendwann in der ersten Halbzeit auf das 1-0 gewonnen. Aber hatte nicht Neapel auch ein paar Chancen? Ja, wobei so ein paar... Das habe ich nicht, ich glaube, das habe ich gerade mal am Ende. Liverpool hatte halt Chancen ohne Ende. Ja. Und die hätten längst das 2-0 machen müssen und da gab es, entweder war das schon 90. Nachspielzeit irgendwie sowas, stand halt Millic frei vorm Torhüter. Hm. Und der Torhüter, also der, wie heißt der, der Dings, Alisson, hält den halt. Alisson Becker. Ja. Mit Wurzeln in Rheinland-Pfalz. Richtig. Ja. Und der hält den halt, wobei der, der kam da auch gar nicht mehr weg, also er hat den mehr angeschossen. Da war es dann später als Monsterparade gefeiert, wurde mal direkt von meiner Nase da unten. Aber hätten die den kassiert, wären die halt raus gewesen. Ja, ja. Deswegen hat da schon ganz gut die Hütte gebrannt so insgesamt. Stattdessen müssen sie jetzt gegen Bayern spielen. Man hat es nicht leicht. Ja. Nee, aber das war schon ein Erlebnis dann. Also ich bin jetzt kein Liverpool-Fan, auch danach nicht, aber war schon spannend. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, ob die logische Konsequenz gewesen wäre, wenn der Apel das Ding gemacht hat, ob wir dann jetzt ein Wiedersehen mit Ancelotti gehabt hätten und den Bayern, aber das wäre wahrscheinlich von dem Auslosungsmodi so verschoben gewesen, das ist dann. Ja, ja, dann ist ja wieder alles anders. Sag nicht wir hier in meinem Podcast. Wir? Wir von der Isar. Nein. Stimmt. Jetzt habe ich die Stimme gekämpft. Jetzt habe ich keine Lust. Ja, wenn alles gut geht, fahre ich dann im, wann ist das im März oder irgendwas dahin, aber die Chance auf Karte ist relativ klein. Ja gut, Gunnar, also jetzt, Sonja war in England, ich war in England. Ja, ich müsste auch mal wieder, ne? Ja, aber vor allem im März ist es vielleicht gerade noch so, dass man noch da mal hinfahren kann, ohne Komplikationen. Achso, Brexit-mäßig. Wie ist das jetzt heute eigentlich ausgegangen? Heute war doch hier Brexit-Tastung. Ja, ich glaube, wir sind auch dabei, oder? Die Stimme immer noch ab. Ja. Ja, wir sind ja eine Stunde vor. Okay. Also, liebe Hörer, ihr seid hier quasi live am politischen Weltgeschehen. Sie haben das Abkommen gerade abgelehnt hier. Ich habe ja natürlich meine Eilmeldung auf dem Fonds. Eilmeldung abgelehnt, das ist, okay. Dann bleiben wir doch nochmal in England, weil ich habe noch mehr gesehen. Ja, genau, der dritte Tag. Da bin ich nämlich wieder zurück mit dem Zug von Liverpool nach Manchester. Und da habe ich anderthalb Spiele gesehen, muss man dazu sagen. Ja, ich habe ein bisschen was verbummelt. Ich wollte eigentlich mir von Manchester City gegen Hoffenheim auch das Youth League-Spiel angucken. War mir auch relativ sicher, dass ich die richtige Zeit, also die englische Zeit, nachgeguckt hatte. Aber war dann wohl doch die deutsche Zeit, die ich irgendwo gelesen hatte. Das heißt, ich habe nur die zweite Halbzeit davon gesehen. Wo fand das statt? Das fand statt in deren Youth Stadium. Das ist eigentlich nur so einmal schräg über die Straße hinter dem eigentlichen Stadion. Weil als ich damals zur Champions League, da hätte ich eigentlich Zeit gehabt. Wieso war ich da nicht bei dem Jugendspiel? Da war aber irgendwas mit, weiß ich nicht mehr. Also ist die Frage, wenn es ein Gruppenspiel war, dann wird es da auch gewesen. Weil danach trennt sich das dann, ja. Ja, das war auch noch Vorrunde damals, ja. Also da habe ich dann... Dass die beiden damals in der ersten Guardiola-Saison City total hergespielt haben. Okay, egal. Da habe ich dann die zweite Halbzeit nur gesehen. War vielleicht am Ende auch ganz gut, weil es war schon ziemlich kalt. Also konnte ich zwischendrin noch mal ein bisschen aufwärmen vor dem eigentlichen Spiel. Und es sind beide 2-1 ausgegangen. Jetzt kommst du hier mit deinem Phone und willst was? Jetzt kommen hier Eilmeldungen. Jetzt kommen hier heiße Nachrichten rein. Okay, die müssen wir später nochmal aufgreifen. Lass uns erst mal... Gut, dann abends warst du natürlich dann im... Wie heißt das? Etihad? Ja. Etihad? Nee, Emirates. Nee, Etihad. Etihad ist das bei denen. Ach, diese Airlines. Ja. Etihad ist in... Da ist Etihad, genau. Emirates ist in London, Arsenal. So heißt das ja heutzutage. Ja. Genau. Das fand ich eigentlich von innen ganz schön, muss ich sagen. Ja, es hat... Ja. Hast du ein bisschen Oasis gehört? Ja, das war dann auch nicht schlecht. So, weißt du, es geht in die Halbzeit und ich spiele irgendwie Smith und Oasis. Damit kriegt man mich ja so ein bisschen. Sonst habe ich ja für City nichts übrig. Ich bin ja United, wenn es um England geht. Aber, ja. Haben sie noch ihre... Musikalisch war schon... Haben sie noch ihre großen Plakate? Thank you, Shaikh Mansur und sowas. Die hingen da früher. Also, da waren ganz viele Plakate. Ich weiß nicht, ob das eins davon war. Ja, ne, das war... Ich glaube, das darf nicht überhängt werden. Ich will es auch gar nicht. Die hatten auf jeden Fall... Die hatten außen so ein Spiel. Da war dann so eine Fanzone, wie das so, glaube ich, im Ausland häufiger ist, als jetzt hier. Dass da irgendwie noch so ein Programm außenrum geboten wurde. Und als ich da vorbeigelaufen bin an der Bühne, hatten sie gerade das tolle Spiel. Ja, wir haben hier deutsche Gäste. Und deswegen haben wir jetzt hier so ein Quiz. Wir sagen euch ein Wort. Ein deutsches Wort. Und ihr müsst sagen, ob es das gibt oder nicht. Toll. Hast du mitgemacht. Das habe ich mir dann kurz angeguckt. Und als sie dann gerade dabei waren, sich minutenlang über das Wort Dickmilch kaputt zu lachen, bin ich dann weitergegangen. Das war irgendwie eher so eine unterirdische Idee. Aber gut. Das ist Manchester City. Manchester ist red. Ja. Ja, da hast du ja drei sehr hübsche Stadien da trägt. Da hast du ja richtig was gegönnt. Ja. So, kurz vor Weihnachten. Muss man auch mal machen. Ja, das ist nicht schlecht. Hat sich gelungen. Ja, ich war auch jetzt in den Weihnachtsferien in drei europäischen Staaten und ich habe nicht ein einziges Fußballspiel gesehen. Ja, ja, ja. Das ist ein Jammer, ne? Mir fällt ein, ich habe noch, letzte Woche habe ich noch Mainz 05 gegen Tuss Marienborn geguckt. Das ist das Spiel. Das fällt total ab in dieser Reihenfolge da. Ja, ja, okay. Aber ich war halt da. 4-0 ist ausgehend. Das war am Bruchweg, ne? Ja. Okay. War so der Vollständigkeit. Ja, ja. Klar. Micha? Ich war in einem europäischen Staat. Keinem Fußballstadion. Ja. Ja, nee, ich habe diesmal auch nichts zu bieten. Gut. Gut, dann widmen wir uns unserem kleinen SVW in Wiesbaden. Was? Was? Wieso? So klein. Also, naja, im Vergleich zu Liverpool oder im Vergleich zu Hoffenheim, ja. Everton und Rotford. Ja, Hoffenheim ist im wenigstens in der Aufzählung das einzige Team, mit dem wir schon mal, und Mainz. Das wir schon geschlagen haben. Ja. Genau, so bin ich auch durch Manchester. Aber gut, gegen die anderen haben wir zumindest noch nicht verloren. Außer Mainz. Das ist eigentlich ganz, was ich überlege gerade irgendwie. Ich glaube, im Brandby-Fanshop ist, glaube ich, irgendwie so eine Aufschrift am, irgendwo an der Wand, wir haben noch nie gegen Liverpool verloren oder so. Und das habe ich mal nachgeguckt. Das war, entweder hatten die nur so ein Spiel jemals gegen die oder gar keins. Also, es war so, es war da irgendwie so ein Gag dahinter, der gar nicht so schlecht war. Den ich jetzt total schlecht erzähle, weil ich nicht nachgeguckt habe. Kommst jetzt nicht mehr drauf, das macht sie jetzt. Aber ich finde, das könnte SVB noch machen. Wir haben noch nie gegen Liverpool verloren. Genau, das als Slogan im Stadion. Dann kommt zumindest Liverpool mal als Testspielgegner vorbei, weil sie sagen, hier, Moment mal. Ich mache jetzt das Marketing. Ja, warum denn nicht? Fahrgarten. Okay, also, es ist ja schon ein Weilchen her, deswegen werden wir die Spiele jetzt auch nicht mehr so detailliert angehen, aber zumindest mal ganz kurz nochmal in so eine Erinnerung rufen. Der guten Vollständigkeit halber, wir haben noch ein Heimspiel, nein, ein Auswärtsspiel in Osnabrück, die ihres Zeichens da schon Tabellenführer waren und immer noch sind. Sind sie immer noch, ne? Ich denke doch. Die waren da ganz komfortabel. Genau, die spielen bisher eine sehr gute Saison und demzufolge waren sie auch favorisiert. Aber, zu unserer allen Überraschung, ging schon nach wenigen Sekunden der SVB in Entführung. Habe ich das noch so richtig in Erinnerung? So war das doch, ne? Ja, ich fand es nicht so überraschend, dass wir in Entführung gegangen sind, aber das ging natürlich sehr schnell, ja. Das war doch gleich irgendwie schon in der ersten Minute. Das war der erste Angriff. Und über die rechte Seite und die, ich weiß glaube es war ein Flachpass oder ein Rückpass und der Verteidiger hat Schäffler dann gegen das Knie geschossen, glaube ich, oder gegen das Bein und von dem Standbein oder von dem Schäfflerbein prallte der Ball dann ins Tor und der, ja, das war halt aus kurzer Distanz angeschossen und souverän abgejubelt. Ja, hat aber jetzt nicht sehr lange gehalten. Doch. Nö, das war doch in der ersten Halbzeit. Ja, eine halbe Stunde. Ja, okay. Ich glaube, ihr habt ein Definitionsproblem. Jedenfalls noch in der ersten Halbzeit haben sie ausgeglichen, haben sie auch schon das Spiel gedreht. Wann war das? 2-1? Das war auch noch vor der Pause, ne? Das waren zwei Standards. Ja. Erste Ecke und das zweite war dann auch ein, ähnlich wie in Watford, ein direkt verwandelter, äh in Everton. Ein direkt verwandelter Freistoß von, war das Alvarez? Ja, genau, richtig. Der kann die ja ganz gut. Das hat er tatsächlich sehr gut gemacht, ja. Und gut, die Ecke hätte man sicherlich besser verteidigen können bei dem Freistoß, klar. Da musst du also im Schütz natürlich drauf achten, dass du möglichst wenig Situationen dieser Art hervorrufst, aber insgesamt war das... Der war auch ein bisschen zweifelhaft, meine ich, ob man den Freistoß erpfeifen muss, ne? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber insgesamt war es, fand ich recht ausgeglichen. Osnabrück hat natürlich Druck gemacht. Ähm, aber war jetzt, ja, ich fand, du hast es da ganz gut gemacht. Du hast nicht so viel zugelassen in der ersten Halbzeit, aber lag es dann halt trotzdem hinten und das natürlich gegen eine Mannschaft, die einen Lauf hat und zu Hause spielt. Ja, das war dann, das war, glaube ich, so ein, ja, jetzt kein... Letztlich war es ja eine Vorentscheidung da schon, ne? Klar, mit unserer Offensive können wir da auch zurückkommen, aber... Also Osnabrück hat es insgesamt schon, ähm, hat schon gut gespielt. Die sind ja schon eine Überraschung im Vergleich zur Vorsaison, oder die Überraschung, die die Mannschaft, die sich am weitesten verbessert hat, aber gut, viel weniger geht auch nicht, wenn man nicht aufsteigt gerade. Ähm, ich habe jetzt... Viel mehr geht auch nicht, wenn man nicht gerade aufgestiegen ist, weil die waren ja 16. letztes Jahr? Ja, genau. Oder 17. Ja, jedenfalls knapp von den Abstiegsrängen. Also knapp über... Direkt über dem Strich und jetzt sind sie Tabellenführer. Sind sie auch über dem Strich. Ja, genau. Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann ja, ähm, war, glaube ich, Osnabrück am dritten Tor auch letztlich ein bisschen näher dran. Also wir hätten auch einen Ausgleich noch machen können, aber Osnabrück hatte auch da noch genug Gelegenheiten, ähm, den Sack, den Sack zuzumachen. Letztlich ist dann ja beim 1-2, oder beim 2-1 für Osnabrück geblieben. Wir hatten da jetzt auch nicht die, die Power, die da nochmal so unter Druck zu setzen, dass man den Ausgleich erzwingt, ne. Ja. Ja, äh, klar, immer ärgerlich zu verlieren, aber ich denke, das ist eine der Niederlagen, mit denen man, äh, ich sag mal, die, über die man sich weniger grämen muss, ne, im Vergleich zu anderen Spielen. Ja, ja, und dann gerade gegen die starke Defensive da von Osnabrück nochmal zurückzukommen, die haben die wenigsten Gegentore der ganzen Liga, also das, äh, da trifft man halt auch nicht einfach so. Ja. Gegen Karlsruhe hat uns das nichts ausgemacht, aber, ähm. Das stimmt. Aber das klappt halt auch nicht jedes Mal. Ja, genau. Die waren gewarnt. Ja. Gut. Dann, äh, hat man eine lange Pause, denn das Spiel war samstags und dann ging es erst am Montag, eine Woche später, ähm, zu Hause gegen Uerdingen weiter. Unser zweites Montagabendspiel. Und wie auch beim ersten, äh, einige Wochen zuvor gegen Jena, äh, haben am Ende, äh, ziemlich frustriert aus der Wäsche geschaut. Scheiß-Montag. Ja, Scheiß-Montag-Spiele, genau. Gab's zunächst mal die, äh, Proteste wieder, lautstark mit, äh, Trillerpfeifenaktionen. Ja, das war, also jeder, der bei dem Spiel im Block stand, ähm, hat das sicherlich noch in Erinnerung, wie nervig das einfach war, wenn, auch wenn es nur 50 Leute waren oder 100, ich weiß es nicht, die dann alle in ihre Trillerpfeifen trillern und das 15 Minuten lang. Ja, sowas. Ähm, ja, das hat einem so richtig die Lust auf das, also ich meine, ich witz, ich witz, aber hab aber immer noch gesagt, komm, ist gut. Sie haben aber Ohrstöpsel verteilt. Ja, sie haben auch Ohrstöpsel verteilt, ähm, und jeder. Nicht, dass die in meinen Ohren halten würden, aber es war eine nette Gigs. Ja, das sind schon wieder für spezielle Ohren. Niesig, sowas, ich muss, bei mir, ich muss da Wachs reinhauen, sonst passt das nicht. So wie Odysseus, so ein richtiger. Weil diese blöden, diese blöden Gummidinger, die die verteilt haben, die hüpfen direkt wieder raus. Okay. Aber es war, es war nett gedacht. Wachs statt Gummi. Ähm. Wachs statt Münzen. Äh, ja, ähm, genau, aber ich finde jede Form von Protest gut, das war halt eine für Umstehende sehr nervige, aber gut, das Spiel, der Spielausgang hat mich dann mehr genervt, ja. Wo war, war das in dem Spiel? Nee, das war, welches Spiel war das denn, wo es, äh, wo auch die Mannschaften mit einer Minute Verzögerung erst, äh, angefangen, nee, das war vorher schon, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon thematisiert. Das war, hatten wir letztes Mal. Das war gegen Lotte. Ja, ja, ja. Das war gegen Lotte. Ja, genau, richtig. Ähm, genau. Ja, also, äh, genau, mit Protest ging's los und, äh, ja, das Spiel, hast du's noch in Erinnerung, Sonja? Irgendwas? Was ich noch in Erinnerung habe, war, dass wir eigentlich so einigermaßen besser waren, als auch nicht so richtig viele Chancen hatten und dass ihr Ding einfach nur so mit, mit ihren Einzelspielern, die ja doch deutlich besser waren, als unsere, dann abgewartet haben und irgendwann die Chance genutzt, dann am Ende spät, äh, zu zwei Treffern zu kommen, ne? Der erste davon, glaube ich, das war ja Elfmeter und dann irgendwie so ein Konter ganz zum Sturz, also, die haben einfach schön gewartet, bis wir die Fehler machen und es hat geklappt. Also, wir waren da abgebrüter als wir. Das stimmt, ja, richtig, diese Elfer, genau, Kolke war noch in der richtigen Ecke, aber der war zu gut geschossen, ne? Ja. Kolke hat noch keinen, keinen Elfmeter-Killer diese Saison, glaube ich, gemacht, oder? Nee. Also, das Problem war, also, ich habe es schon wieder so in Erinnerung, dass die, ähm, Öhrlinger uns haben machen lassen und wir hatten uns auch ein, zwei, also, hatten schon auch ein paar Chancen, aber die waren halt im entscheidenden Moment auch immer da. Also, da war dann immer nochmal eine Grätsch im richtigen Moment oder ein, ähm, einfach ein Fuß davor oder doch abgeblockt. Also, es gab schon im Ansatz, äh, wirklich ganz gute Gelegenheiten, aber es hat halt dann, äh, nie so gereicht, dass man dann eben auch, ähm, ja, also, ich glaube, der Torwart musste jetzt nicht großartig eingreifen. Zur Not war der auch da, ähm, und die haben es halt sehr, sehr ab... Die standen defensiv einfach sehr gut. Also, man kam halt kaum hinter deren Abwehrreihe einfach. Genau. Und wenn man es mal geschafft hat, waren sie so eng dran, dass sie es eben dann auch ausbügeln konnten. Ja. Ähm, genau, dann haben wir eben den Fehler gemacht, ich glaube, in Form von Dams, der dann da zu ungestüm im Strafraum gegrätscht hat und der, das war, glaube ich, auch mehr so ein Gegenstoß und, ähm, ja, war so eine Situation, wo meiner Meinung nach war das unnötig einfach, dass er da grätscht, weil er vielleicht leicht hinter ihm ist, aber gut, der Spieler hat es einfach dankbar angenommen, ist halt dann klar gefoult worden, gefallen und dann haben die den Elfmeter reingemacht und gekontert und so haben die, glaube ich, viele ihrer Spiele gewonnen, indem sie einfach, ähm, ja, Fehler bestrafen und, äh, defensiv in der Regel ganz gut stehen. Ja, ja, die gewinnen ja meistens auch nicht hoch, äh, meistens so mit ein, zwei Toren, ähm, aber gut, das machen sie halt, machen sie schon gut. Ja, gut, dann im Torfeld ist es schon plus drei. Ja, ja, gut, jetzt haben sie zuletzt nochmal verloren, irgendwie, zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, noch Zweiter, ähm, ja, da haben wir gleich gegen die beiden, äh, Spitzenteams, äh, direkt hintereinander, äh, keine Punkte geholt. Das war dann auch das Ende der Hinserie und dann gab es dann noch vor Weihnachten den ersten Rückrundenspieltag, ähm, gegen Ahlen, Freitagabends, ich war nicht da, aber ihr habt's, äh, und ihr war auch nicht da, ich war auch nicht da, ich hab den Videotext vom HR gemacht an dem Abend, ich hab das Spiel im Videotext begleitet. Du hast es im Videotext geschaut, wie es steht? Nein, du hast das Spiel im Stream geschaut und hast dann... Nein, ich hab in den Videotext geschrieben, wie es steht. Du durftest in den Videotext reinschreiben? Ja, ja. Das konnte ich gar nicht verfolgen von, aus dem Stadion heraus. Ja, das wär aber auch geil, wenn du die Videotextseite aus dem Stadion aufrufst, also es gibt, es gibt, du kannst dir ja im Internet Videotext angucken, sozusagen. Oh, das gibt's, äh, das hab ich schon nie gemacht. Gibt's da nicht auch eine App für? Ja, bestimmt auch am Ende, und dann, ja, irgendwann durfte ich dann halt, äh, das, das Ergebnis, äh, entröten, sozusagen, als es dann am Ende 2.1 stand und, äh, abgefiffen war. Ja. Was für ein erhabener Moment. Wie, wie cool, war das das erste Mal, dass du den Videotext gemacht hast? Es vor wen ja, also, ich hatte schon mal, also den Videotext bestücken wir ja sowieso mit Meldungen halt, ähm. Ja, geht das automatisch, habt ihr da so irgendwie so, dass das auch so, ja, was weiß ich, CMS oder sonst irgendwo da, äh... Ne, um das mal zu verraten, nein, äh, Ergebnisse ja automatisch, aber halt, halt auch nicht diese Live-Sachen, also ich hatte schon mal Regionalligaabend, den hab ich schon mal ähnlich gemacht. Also live mit hier, der und der hat Grendor geschossen, das dann reinpacken. Okay. Aber es war, es war bei uns das erste Mal. Und das, äh, wie sich das für so ein, da hast du wahrscheinlich dann so einen, äh, alten, äh, Commodore. Lass dir das mal so stehen, egal wie du dir das vorstellst, das ist bestimmt besser als die Realität. Und dann so ein, mit dem Akustikkoppler, äh, geht das dann über das BTX dann in den Videotext hinein. Ja, egal was du änderst, es macht ganz viele Töne. Nein, nein, Quatsch. Ich hab, ich hab früher, früher vor, vor Smartphone-Zeit oder auch vorher, vor, ähm, vor das Internet sich dann doch etwas stärker durchgesetzt hat, auch in Deutschland, hab ich Videotext geliebt. Ja, aber dann hast du da gesessen und gewartet, dass sich das Ergebnis verfärbt. Ja, nicht nur beim Fußball, auch sonst hab ich da, also. Ja, gab's immer Nachrichten. Ja, genau. Ja, fand ich, äh, fand ich toll. Ja. Ja, deswegen war ich aber nicht im Stadion, weil ich hatte anders mit dem Spiel zu tun. Okay. Dann erzähl ich was. Ja. Zum Spiel. Ich war da. Das, äh, Ende-Ergebnis kennt ihr doch ja natürlich. Du hast du ja auch. Ja, also ich hab auf, ähm, das Weihnachtsessen von meinem Arbeitgeber verzichtet. Hättest du ja danach zum Weihnachts-Singen in der Britta-Arena gehen können am Sonntag. Das hätte ich machen können, hat aber jetzt da mit dem Spiel nichts zu tun. Nee. Ähm, außer dass das Spiel ja aufgrund des Weihnachts-Singens ja, äh, Freitags stattfand und so eine kleine englische Woche dargestellt hat. Ähm, ja, es war natürlich wenig los, ähm, aber das Spiel war zumindest in Halbzeit 1 recht, äh, und wie gesagt, also analog wie bei dem Spiel gegen Osnabrück sind alle, Tore in der ersten Halbzeit gefallen. Ähm, wir sind durch einen, ja, einen schönen Schuss von Schiri in Führung gegangen, der sich, ähm, da einfach mal ein Herz gefasst hat. Aus 20 Metern oder was. Also ist er da, hat den Ball ja bekommen, hat er noch, glaube ich, einen stehen lassen oder ist dann den vorbeigezogen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich sagte, ach komm, dann, wo ich dann wirklich auf den Brünen stand und sag, jetzt schieß doch einfach mal. Und dann hat er den auch schön geschossen, so auch, ähm, der ging so über den Keeper so hinweg, so hat man sich... Ja, ein ordentliches Pfund, aber mit schöner Flugbahn auch, ja. Ja, genau, der Keeper hat es doch gestreckt, aber er kam nicht ran und, ähm, ja, hat er den Salto noch hinterher geschoben, ich glaube schon. Hat er, ja, ja. Ähm, ich habe es in der Zusammenfassung, konnten wir uns zusammenfassen. Ja, genau. Und, ähm, dann hat Ahlen aber in dem Fall tatsächlich relativ schnell ausgeglichen und die Führung hatte nicht so lange Bestand. Das war aber auch, glaube ich, deren einzige wirkliche Chance. Und ich habe mich da in der Szene sehr geärgert. Also in jedem Spielbericht stand, toller One-Touch-Fußball oder Football. Aber das hatten sie tatsächlich sehr gut rausgespielt, ne? Das war vom eigenen Torwart gegen das Haus, ne? Ja, einfach nur, weil keiner dazwischen geht. Wir haben es schön rausgespielt, aber es war halt einfach ein Bilderbuch für fehlgeschlagenes Vorchecking von unserer Seite. Und es war total sinnlos, weil Ahlen fürs Spiel bis zu dem Zeitpunkt offensiv nicht viel gemacht hat, beziehungsweise nicht viel zustande bekommen hat. Und da fangen sie dann aber an, in Ahlens Hälfte auf einmal drauf zu gehen. Und natürlich ist das Problem oder das Prinzip des Vorcheckings ist ja, dass du in der gegnerischen Hälfte attackierst. Macht aber nur Sinn, wenn du halt den Spieler so unter Druck setzt, dass der eben den Ball nicht gezielt zum Mitspieler passen kann irgendwann, sondern dass er den Ball halt irgendwann wegbolzen muss oder du den Ball gewinnst im Optimalfall. Und da war es halt so, dass das eben nicht funktioniert hat. Ahlen hat das natürlich gut gespielt. Und so konnten sie dann immer, weil immer einer gefehlt hat, immer einer nachgerückt ist, konnten sie das dann halt über ihre rechte Seite bis in den 16er-Spielen. Und dann war der, der heißt der Glatzgaupp, Morris. Ja. Der war dann da, der das dann wieder schön reingeschnickst hat. Reddemann ist, hat es geschäumt auf der Ersatzbank. Aber ich glaube, er hat ihn auch ignoriert in dem Fall, der Morris. Aber Morris hat wieder so eine komische Geste gemacht, ja. So eine lange Nase-Geste oder irgend sowas. Hat er? Ja, das war dann auf das von der Nordwand entfernte Tor. Ein sehr sympathisches Spiel, dann kann man nichts sagen. Aber er trifft gegen uns. Na gut, und dann hat es aber auch wieder nicht so lange gedauert, bis wir dann wieder in Führung gegangen sind. Das war dann halt, das war richtig cool, auch weil es ja dann auch dann entsprechend direkt vor unserer Kurve war. Und es war eine Ecke und da ist Dams dann, die war für ihn halt perfekt, kam die. Und er ist genau in seinen Laufweg und er knallt das Ding dann per Kopf so aus maximal fünf Metern oder so rein. War glaube ich am kurzen Pfosten und der Ball ist halt richtig so ins Netz und dann so zurück. Und dann kam er wieder aus dem Tornetz zurück und er hat ihn dann nochmal so reingefeuert im Auslaufen. Und du hast richtig gemerkt, das hat er jetzt irgendwie nochmal gebraucht vor der Winterpause, weil das war dann auch sein erstes Saisontor, glaube ich. Ja, und nachdem er gerade die paar Tage zuvor ja eben da diesen Elfer gegen Gürdingen verschuldet hat. Wahrscheinlich. Und ich glaube, der war auch ab und zu mal nach Ecken eben mit dem Kopf zur Stelle, aber es war nie wirklich, die kamen nie wirklich aufs Tor, die Kopfbälle. Und so hat es mal gepasst. Das hat dann gepasst und kam ich jetzt nicht groß, du hast den Videotext gemacht, hatten wir noch Chancen? Naja, Videotext schreibst du ja keine Chancen. Achso. Ich habe den Spielbericht später auch gemacht, ja, aber es waren nicht wirklich viele Chancen danach. Aber da muss man auch dazu sagen, dass ja Ahlen auch keine Chancen hatte. Also es war dann einfach, fand ich, einfach nur ein schlechtes Spiel, in dem auch überhaupt generell wenig passiert ist, weil du machst ja dann auch so in Videotext die Auswechslung und gelbe Karten. Und es gab, glaube ich, eine gelbe Karte oder so. Und es ist dann einfach nichts mehr Großartiges passiert. Und dann haben so dieses 2-1 dann irgendwie so, Ruhe jetzt. Da habe ich so über die Zeit geschaukelt, einfach gegen einen, aber auch schwachen Gegner dann. So habe ich das in Erinnerung. Ich glaube, Rehm sagte danach auch irgendwie, schlechtestes Spiel oder irgendwas. Schlechtestes Spiel der Runde, ja. Ja, wie es halt oft so ist. Ja, ich glaube, in der Zusammenfassung da auf Telekom Sport, da kommen von der zweiten Halbzeit, weiß ich nicht, vielleicht noch 10 Sekunden oder irgendwas. Und dann halt die Spielinterviews. Da hat mir, glaube ich, jetzt auch nichts eingefahren, was man da hätte zeigen können. Gab da fast nichts zu zeigen, ja. Ja, könnte ich vielleicht gerade jetzt erzählen. Ich habe Niklas Dams zufällig getroffen, jetzt Anfang Januar. Das klingt so stalker-möselig. In der Wunderkiste, beziehungsweise. Zufällig habe ich ihn getroffen, als ich bei ihm vorm Haus im Gippel schlage. Im Garten, als Gartenzwerg verkleidet. Nein, also wir waren in der Wunderkiste mit unseren Kindern und er halt auch. Und wie es dann halt so ist, dann sieht man. Für unsere überregionalen Hörer, was ist die Wunderkiste? Ein Indoor-Spielplatz in Bad Schwalbach. Ich kenne nur die heiße Kiste, das ist so ein Imbisschen. Ja, also die Wunderkiste ist ein Indoor-Spielplatz in Bad Schwalbach. So, ich sage mal, bis sieben, acht Jahre haben die Kinder da Spaß. Da waren wir eben und dann habe ich ihn da, dachte ich mir, das könnte Niklas Dams sein. Aber gut, wie es dann so ist, habe ich erst mal am Handy nachgeguckt. Ja, nach dem Bild nochmal gesucht und nach dem Motto, ja, kommt das jetzt so hin oder nicht? Bleiben Sie mal kurz stehen, ich muss mal hier daneben. Und auch natürlich nach der Größe, weil der ist ungefähr so groß wie ich, also der ist 1,84 oder 85 oder so. Und dann habe ich ihn dann halt auch angesprochen, als es gerade gepasst hat und ihn gefragt. Du hast erst nochmal auf Instagram geschaut, ob er auch tatsächlich was vom Indoor-Spielplatz gerade postet. Meine Frau hat mich dann tatsächlich gefragt, ob der auch ein Instagram-Profil hat, weil ich das von Sören Reddemann, das kommt ja später noch, und das habe ich jetzt keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihn dann nur gefragt, ob er dann ganz passabel Fußball spielen könne, so als Einstieg. Und da hat er dann gegrinst und es rejagt und dann, genau, kam er da ins Gespräch und das war ganz cool, weil er dann anscheinend auch Lust hatte, sich über Fußball zu unterhalten. Und wir uns da, glaube ich, fast eine halbe Stunde unterhalten haben. Und genau, und da, wie kam er jetzt da drauf? Du wolltest ihm jetzt ein paar Insider erzählen und wie viele Tore er noch macht und so. Ja, genau. Nee, also gut, also ich habe da natürlich gefragt, weil sein Vertrag läuft ja auch aus und er erzählt, dass er in Wien wohnt und genau, wo die Jungs dann mal mittags manchmal essen gehen und dass er dann aber in Wien bleibt, weil er einen Hund hat und so. Also, und er hat halt von der Zeit in der Schweiz erzählt, hat er für Serviette-Kämpf. Eine Zeit lang, beziehungsweise von Genf kam er ja dann zu uns und ich habe halt gefragt, wie das so kam und dann hat er halt gemeint, dass er in Gladbach war, kommt aus Düsseldorf auch. Und dass da der, damals Lucien Favre, der Trainer in Gladbach war und er hat bei der zweiten gespielt und dann. Da war ja noch Sven Dehmann Trainer der zweiten, meine ich. Genau und dass dann der Sohn von Lucien Favre oder irgendein Verwandter von Lucien Favre war dann bei Genf tätig und er wollte dann eben, hat halt gemerkt, dass es für die erste wahrscheinlich nicht reicht und hat dann eben irgendwie das Angebot bekommen. Und dann ist er da hingewechselt, hat er so ein bisschen da von der Zeit in Genf erzählt und das war schon so ganz witzig. Hat er auch gemeint, bis das erste Schweizer Gehalt kam, war er ordentlich im Minus. Und so halt, genau und dann war halt so ein D-Mann bei uns Trainer und der hat sich an ihn erinnert und bei ihm war es dann auch so, dass die irgendwie, genau, also er ist da hingewechselt, da waren sie noch in der ersten Liga, dann sind sie aber abgestiegen und bis er dann ankam, waren sie dann, also er hat dann zwei Jahre zweite Liga gespielt in der Schweiz und nachdem sie zweimal den Aufstieg verpasst haben, wollten sie dann die. Aber war der nicht beim FC Wohlen? Ach nee, das war Kevin Pezzoni, oder? Also er hat es mir so erzählt, ich gehe davon auf, dass es so war. Wir haben kurz über Kevin Pezzoni gesprochen. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, genau, ist er dann halt mehr oder weniger wohl ihm gesagt, also wenn er einen anderen Verein findet, dann kann er gerne gehen, weil die sich das Gehalt sparen wollten und dann auf junge Schweizer gesetzt haben und dann kam ihm, wie gesagt, die Tatsache, dass der D-Mann bei uns Trainer war, dann hat er dazu geführt, dass er dann eben zu uns gewechselt ist. Und wie gesagt, jetzt läuft halt der Vertrag aus. Aber er hat sich da jetzt nicht so klar, weil sie mir halt meint, dass er sich wohlfühlt und so, aber er muss halt auch gucken, er ist jetzt 28 und wird dann wahrscheinlich sein, ja. Seinen letzten großen Vertrag. Ja, so, genau. Zumindest muss er dann halt gucken und ja, es war halt so ein bisschen auch, ich habe dann auch gesagt, von wegen, der Trainer hat ja verlängert und so, das ist ja dann schon mal ein gutes Zeichen und alles. Da hat er dann irgendwie nur gemeint, der Erfolg gibt ihm recht. Das klang jetzt nicht ganz so. Oh, okay. Darfst du das hier überhaupt ausbauen? Er hat mir nichts verboten. Habe ihm aber auch nicht gesagt, dass wir einen Podcast machen. Doch, habe ich glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Grüße. Nein, also. Dann hätte er dich ja erkannt, wenn er den hören würde. Also von daher sind wir safe. Ja, da sind wir ja immer unsere Gesichter eingeblendet. Nein, also das war wirklich ein, für mich war es natürlich auch cool, mit ihm zu sprechen und er wirkte sehr, sehr bodenständig und einfach, ja, jetzt auch nicht irgendwie abgehoben und wie gesagt, er war da mit seinen Kids, ich, wir waren da mit unseren und. Ja, das nächste Mal drückst du bei deinem Handy auf die Aufnahmetaste, dann spielen wir das hier mal live ein. Das ist so. Ja, das würde ich gerade sagen. Es ist in der Wunderkiste nicht so, nicht so leise. Ja. Und meine Frau war dann auch irgendwann ganz froh, dass ich wieder zurückkam und mich auch mal um die Kinder kümmern konnte, so ein bisschen. Aber nein, also wie gesagt, war. Auch auf dieses Thema kommen wir später nochmal zurück. Weil sie auch mal mit Niklas Darmes reden wollte. Genau. Nee, also ich, ja, ich glaube ich war auch der Einzige da, der ihn erkannt hat, aber ist ja auch. Ja, egal. Also war, ähm. Okay. War ein nettes und dann hat, genau, dann die, Tag später habe ich dann noch Alf Mitzel gesehen in Leidenstadt, wie er mit seinem Sohn da rumgelaufen ist. Oder nicht. Ja gut, hat er wieder 30 Aufträge von der Frau gehabt, oder? Das sah nach einem Auftrag aus, er hatte jetzt nichts in der Hand, aber. Ja. Genau, die sind ja jetzt, das war alles noch, bevor sie dann abgeflogen sind. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also tatsächlich stimmt natürlich, ähm, Niklas Darmes war bei Servet Genf zwei Jahre und Kevin Petsoni war ein Jahr beim FC Wohlen in der Schweiz. Dann bin ich ja froh, dass ich keinen Blödsinn erzählt habe. Dass er dir keinen Bären aufgebunden hat. Ja, das wäre jetzt lustig gewesen. Ja. Genau. Ja, ähm. Dann gucken wir doch jetzt gerade mal, äh, kurz auf die Tabelle, wenn wir sie hier schon gerade offen haben. Du hast sie offen, du musst sie uns jetzt vornehmen. Ich lese die euch jetzt vor, äh. Haben wir schon erwähnt, dass wir ausnahmsweise mal wieder zusammen in einem Raum, und zwar in meiner Küche sitzen? Ja, wir sind hier live in Mainz-Kastell an Sonjas Küchentisch. Wenn ihr das hört, sind wir nicht mehr live. Wahrscheinlich. Sinnvolle Ansagen. Zurück zur Tabelle. Ja. Ja, also wie erwähnt, Osnabrück marschiert da vorne weg. Karlsruhe hat sich mittlerweile bis auf den zweiten Platz rangearbeitet, trotz der zwischenzeitlichen vernichtenden Niederlage gegen uns. Ich glaube, das hat ihnen ganz gut getan. Ja, seitdem haben die, glaube ich, nicht mehr verloren. Letztes Jahr haben die gegen uns gewonnen, danach als Weckerhorn. Warum haben die beide fast den Zwei-Punkte-Schnitt? Ja, genau. Also Osnabrück tatsächlich jetzt nach 20 Spielen mit 41 Punkten. Karlsruhe 39, Uerdingen auf dem Relegationsplatz 37. Und dann ist es noch ganz eng, Halle. Ist auch sicherlich ein bisschen überraschend, dass die so weiter oben mit dabei sind mit 36 und Unterhaching 35. Also das ist sehr knapp. Und dann ist halt leider eben schon eine größere Lücke. Dann kommt nämlich Wehen mit 30 Punkten. Und dann danach geht es dann so einigermaßen so in Punkteabstand dann weiter runter. Also man könnte so sagen, der SVWW ist gerade so the best of the rest. Genau. Ja, also sie müssten schon eine sehr viel bessere Rückrunde spielen als Hinrunde, um da nochmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Kann man das so sagen? Perfekt gesagt. Sie müssten mehr Punkte holen, platt gesagt. Also ich fand es so von den Leistungen, das hat der Niklas auch so gesehen wie ich. Sie haben ja gegen keine Mannschaft, er hat die These aufgestellt, dass sie gegen die Spiele, die sie verloren haben, da waren sie nie die schlechtere Mannschaft. Ja. Das würde ich jetzt mal so grob. Also es gab jetzt keinen Gegner, wo du sagst, okay, die sind klar besser. Ja, also ich meine. Das stimmt schon, dumm angestellt haben sie sich gerne mal, aber das heißt ja nicht, dass sie die schlechtere Mannschaft waren. Ja gut, ich meine, gegen Osnabrück haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist vielleicht so ein Spiel, wo du sagst, na gut, okay, es ist jetzt nicht unverdient. Ja, holen kannst du halt trotzdem was. Ja, aber letztlich siehst du zwei Standards, ja. Ja, 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 genau. Kannst du natürlich auch, aber klar, wie gesagt, das war jetzt so. Ja, es sind auch so ein paar Spiele, wo ich das Gefühl hatte, letzte Saison sind die dann halt noch für uns gekippt, gerne mal. Also so geht es abzüglich der letzten Spiele. Ja, ja, abzüglich der Phase dann so im Ostern rum, als ich dann aus dem Aufstiegsrennen rausgeschossen habe, genau. Ja, genau, also man müsste jetzt mal mindestens sieben Punkte aufholen, um auf den Relegationsplatz überhaupt zu kommen und bis Karlsruhe müsste man schon neun Punkte aufholen. Auf geht's. Ja, also da darfst du jetzt wirklich nicht mehr viel liegen lassen. Wir spielen ja noch gegen alle. Ja, klar. Gegen alle außer Ahlen, ja. Ja, eben, und die sind da oben nicht relevant. Nee, Ahlen ist vorletzte. Die sind aus dem Aufstiegsrennen ziemlich raus. Ja, darf man nicht zu früh sagen. Ja, du hast halt, um vielleicht den Bogen zu spannen zu dem, was jetzt uns nach der Winterpause erwartet, du hast, glaube ich, von den ersten vier Spielen spielst du dreimal auswärts. Ähm, du spielst, äh, jetzt fängst du an in Cottbus, hast dann daheim Rostock und dann musst du nach Braunschweig und danach musst du, glaube ich, nach Haching. Ähm, und da hast du natürlich gerade mit den Spielen in, in Rostock und Haching, sofern Raching stattfindet, Mitte, äh, Mitte Februar, ähm, aber, ja. Ja, ich meine, klar, Braunschweig, ich meine, der einzige Vorteil ist, äh, Cottbus, äh, gut, Cottbus, ähm, haben wir jetzt Hinspiel verloren, ähm, die haben es jetzt auch wieder ein bisschen stabilisiert, aber da kannst du auf jeden Fall gewinnen und dann, ähm, Rostock und Braunschweig haben ja gemeinsam, dass da gab es sehr viel Trubel, ähm, das waren ja die beiden bestimmten Klubs so in der Winterpause, was so die Themen anging, also Rostock, die den Trainer und den sportlichen Leiter, glaube ich, entfernt haben, ja. Äh, nachdem es erst hieß, bis Saisonende ist Schluss oder nach Saisonende ist Schluss, Braunschweig, die jetzt den halben Kader ausgetauscht haben, glaube ich, ein Drittel vom Kader ausgetauscht haben, also, da ist es natürlich schon ganz gut, wenn du gegen die am Anfang spielst, weil die müssen sich dann auch erst wieder finden und, äh, einspielen, von daher ist das von der, von der Ansetzung, Ansetzung gut. Und, äh, trotz allem musst du eben, ja, dreimal auswärts ran, äh, dann erst, gut, hat es jetzt natürlich auch zwei Heimspiele, ja, zum, 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 zum Schluss. Ja. Aber, ja, ich sag mal, wenn du da, ist doch wie immer, wenn du dann mal dran, lass die drei, vier, fünfmal gewinnen hintereinander, was immer schön ist, aber, dann machst du immer, immer ein paar Plätze und Punkte gut, ja, und Uerdingen, gut, die haben jetzt, glaube ich, die wissen jetzt natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat, die versuchen jetzt mit aller Macht hochzugehen direkt. Haben die nicht auch noch jetzt jemanden noch geholt, irgendwie, weiß ich, irgendwas? Ja, ja. Haben wir nochmal nachgelegt, ne? Die haben ja auch Geld ohnehin, das ist so, also, bei denen würde es mich inzwischen echt wundern, wenn die es am Ende nicht schaffen. Ja, und Karlsruhe. Die haben so einen guten Kader, die sind inzwischen so eingespielt und punkten so konstant. Genau, also ich befürchte, dass wir Karlsruhe nicht mehr kriegen. Und da ist halt die Frage, ob Osnabrück ein bisschen einbricht und bei Uerdingen sehe ich es jetzt auch noch nicht ganz so, aber die haben natürlich, wie gesagt, einfach so eine gewisse Abgezocktheit, ja, und gut, vielleicht werden sie auch anders bespielt werden in der Rückrunde, aber ich finde, die haben zu viele Spieler, die eigentlich über Drittliga-Niveau sind. Ja, das kann natürlich sein, aber ist halt dann die Frage, ab einem gewissen Punkt kompensieren die das mit ein bisschen weniger Motivation? Ich, letztlich hängt es an ihnen, ja, die wissen selbst, dass du mit 30, 30 Punkte aus 20 Spielen, klar, da müssen die schon den Punkteschnitt deutlich erhöhen, wenn sie da nochmal rankommen wollen. Ja, da musst du jetzt in den restlichen 18 Spielen, musst du eigentlich einen über 2-Punkte-Schnitt auf jeden Fall haben. Ja, also ich denke so, wie viele hatten wir letztes Jahr, wie viele Punkte, die nicht gereicht haben? Ähm, schauen wir gerade mal nach. Das war doch eine Punktzahl, die sonst über gereicht hat, ja. War es 65 oder so? Das war schon richtig viel. 68 hatten wir. 68 sogar. Und waren da mit 4. Karlsruhe mit 69 auf 3. Ja, selbst wenn du 3. wirst, steigst du ja auch nicht unbedingt auf, ne? Ja, bis jetzt war ja noch die Mehrzahl der Drittligisten, hat sich eine Relegation durchgesetzt. Aber jetzt Karlsruhe, siehst du, hat man das letzte Jahr halt auch nicht geschafft. Ja gut, aber wenn du jetzt einen 2-Punkte-Schnitt hättest, dann wärst du bei 66 Punkten, würdest du dann landen. Ja, gut, ist jetzt, im Endeffekt müssen sie halt, dürfen sie sich diese Ausrutscher nicht erlauben gegen die, also die Spiele, die du eben knapp hast und eigentlich gewinnen solltest, die musst du dann auch gewinnen. Und dann musst du halt auch mal so einen Lucky Punch irgendwie setzen gegen eins der Teams oben und dann geht das noch. Aber im Endeffekt, gut, wenn wir jetzt von den ersten 4 Spielen, wenn du da nur, weiß ich nicht, 4 Punkte holst oder 5, dann hat sich das auf jeden Fall erledigt. Ja, also ich glaube auch, ich möchte jetzt hier nicht den Oberpessimisten raushängen lassen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir noch diese Saison nochmal einmal über den 5. Platz hinaus kommen. Oh, das glaube ich schon. Ja. Also über den 5. hinaus, das heißt, es wäre dann 4. Genau, also ich sage, wir sehen den 4. Platz diese Saison oder besser nicht mehr. Kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Würdest du deine Saisonwette, deine bisherige Saisonwette dagegen tauschen? Die müssen schon echt mit der Serie starten. Also meine Saisonwette finde ich bislang ganz gut. Ja. Aber ich glaube, daher kam auch das Angebot. Ich hatte ja gesagt, bei den letzten 3 Spielen hatte ich ja gesagt, beim Podcast glaube ich 3 bis 4 Punkte oder 5 Punkte als Prognose. Wenn du das sagst. Also ich meine, es war eine ziemlich defensive Ansage. Und es waren dann letztlich ja nur 3. Genau. Also ich hatte schon gedacht, dass wir in Osnabrück verlieren, aber dass wir dann oder halt einen Punkt holen. Wir legen einen Punkt und allen schlagen. Ja, so war so die Prognose. Also ich würde jetzt sagen, Cottbus, Rostock, Braunschweig, da würde ich schon mal auf 7 bis 9 Punkte. Ja. So, hau mal einen raus. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hatte ja überlegt, ob ich 6 bis 9 sage, aber das ist dann zu groß. Nee, also das ist gerade schon so, dass die dann direkt 2 gehen. Wobei, Rostock haben uns immer schwer getan, glaube ich. Aber gut, werden wir sehen. Nein, es ist sehr schwer, aber ich denke, wenn du da 7 Punkte holst und dann fährst du nach Unterhaching. Oder auch nicht. Ja, das ist ja eigentlich schon eine schöne Überleitung zu den nächsten Spielen. Du hast jetzt schon genannt, am 26. Januar geht die Rückrunde oder beziehungsweise die zweite Saisonhälfte, sagen wir mal so. Also geht die Saison weiter. Die Restrunde. Die Restrunde, ja, mit dem Auswärtsspiel. Die Restrunde mit Rüdiger Rehm. Rüdis Restrunde. Rüdis Restrunde. Sehr gut. Okay, Titel haben wir schon für heute. Jawohl, Rüdis Restrunde. Aber wir hatten doch letztes Mal schon irgendwie Rehm im Titel. Naja, ist egal. Geht immer. Ja, geht immer. Trainer im Titel, solange sie da sind. Ja. Naja, hat er jetzt erst verlängert vor kurzem. Also von daher bin ich optimistisch, dass wir noch das eine oder andere Mal ihn referenzieren können. Genau, dann das erste Heimspiel in diesem Jahr wird am 3. Februar sein. Ne, das ist ein Sonntag. Sonntags gegen Rostock. Yes. Ich glaube, gegen Rostock haben wir noch nie samstags gespielt, außer einmal am letzten Spieltag. Oft freitags. Meistens freitags oder unter der Woche. Wir haben so gegelaufte Freitagabendspiele. Ja, ja. Und es ist auch noch um 13 Uhr. Das ist halt das. Richtig, das ist das erste Mal sonntags. 13 Uhr ist halt auch schon. Ja gut, ob 13 oder 14 ist jetzt auch fast egal, aber man muss sich halt merken, dass mal zeitig genug im Stadion ist. Dass man nicht wieder die Tore von draußen hört. Also den Sonntagsbraten wird man nicht mehr essen können vorm Spiel. Ja. Außer die Mutti ist früh fertig. Ja, das sind schöne Rollenbilder hier. Auch dazu, auch das greifen wir später nochmal auf. Da haben wir noch was. Sehr schön. Ja, genau. Kann man schon mal anteasern. Genau, und dann die Woche drauf wieder sonntags, dann aber um 14 Uhr auswärts in Braunschweig. Ja, wir haben ja wieder, ich weiß nicht woran das liegt, dass wir so viele Sonntagsspiele kriegen. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen. Ja, weil wir ja Europapokal spielen. Ja. Also nach unserer damaligen ersten Rechnung würden wir jetzt Europapokal spielen. Ja, ja, eben. Nee, also ich habe mir wirklich mal überlegt. Du hast ja, mittlerweile ist es ja sehr festgelegt, ein Freitagsspiel, ein Montagsspiel, zwei Sonntagsspiele. Das heißt so 60 Prozent der Teams spielen samstags, also die Spiele unter der Woche natürlich davon abgesehen und die letzten zwei Spieltage. Ich mache da glaube ich mal mir die Mühe und rechne mal aus, wie das bei uns aussieht bei den Wochenendspieltagen und wie wir dann liegen. Weil unsere Quote ist, würde ich jetzt mal gesagt, gefühlt bei 40 Prozent maximal samstags. Ja. Dann schickst du immer schön die Rechnung an die Autoflex-Schneider. Also auch im Vergleich, also ich würde mal gucken, wer dann so eine hohe Samstagsquote hat. Also von den oberen Teams würde ich das mal machen, von den Top 5 plus uns, also Top 6. Du bist da eine heiße Sache auf der Spur. Ja, es hilft ja nichts. Ja, wir spielen ja trotzdem dann Sonntag. Wir haben ja auch, aber einfach, ob dein Gefühl mich da trügt oder eben nicht. Ja, mach das mal. Die weiteren Spiele schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und übersprungen haben wir die beiden Testspiele. Ja, da können wir gleich nochmal kurz drauf zurückkommen. Ja, oder machen wir das jetzt gerade. Also es ist, beziehungsweise vier Testspiele insgesamt. Zwei gab es jetzt schon. Die Mannschaft ist ja jetzt seit einer Woche ungefähr, glaube ich, sind die wieder im Training. Im zweiten oder dritten ging es los, oder? Ach ja, stimmt. Das ging in der ersten Januarwoche schon los. Genau, da haben sie zunächst mal zu Hause trainiert. Dann gab es ein Testspiel letzte Woche in Darmstadt. Trotz 1-0-Führung von Chiré wurde es dann 2-1 am Ende verloren. Habt ihr dazu irgendwas, gab es davon was zu sehen irgendwo? Ja, da wurde ja dann auch, glaube ich, erste Halbzeit mit der Elf, zweite Halbzeit mit der Elf gespielt. Ja, ja, beide aber auch, glaube ich. War das tatsächlich in Darmstadt das Spiel? Das war, ich habe gelesen, auf einem Nebenplatz vom Böllenvoll-Tor-Stadion. Oh ja. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, was es da für Nebenplätze gibt, aber offensichtlich. Ja, die haben so ein paar Trainingsplätze in dem Torn. Okay, ja. Ja, richtig, da läuft man auch so dran. Ja, ich bin da auch schon mal dran vorbeigelaufen, wenn du da an der Uni da irgendwie parkst oder sowas. Genau. Ja, und dann gab es ein weiteres Testspiel. Das sollte eigentlich wohl ursprünglich auf dem Hallberg sein, Freitag, letzten Freitag. Aber weil überraschenderweise im Januar auf dem Hallberg Schnee liegt, konnte keiner mit rechnen, haben sie es dann kurzfristig in die Britta-Arena verlegt. War aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ja, gegen Saarbrücken hatte ich gerade schon gesagt. Und das wurde 2 zu 4 verloren. Unsere Tore durch Schäffler und Brandstätter. Brandstätter, glaube ich, ein Elfmeter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, wow, weiß ich nicht. Klingt jetzt nicht so überragend. Also ich habe jetzt nur den Ticker überflogen. Ich habe mich da jetzt nicht genau damit beschäftigt. Habt ihr da noch irgendwelche Erkenntnisse jetzt zwischen den Zeilen gelesen? Ich habe das Statement von Rüdi Rehm mir angehört, der dann schon das Defensivverhalten in der, ich glaube, das war vor allem in der zweiten Halb. Ja, wobei, es ging, glaube ich, 2-2 stand es, glaube ich, zur Pause. Aber er hat dann gerade das Defensivverhalten gerügt. Und klar, damit, ich meine, das ist ein Testspiel, da weißt du immer nicht, wie war die Belastungssteuerung. Also sprich, wie viel Rücksicht haben sie auf das Spiel genommen? In der Regel fährst du ja da dein Trainingspensum und das Spiel ist dann eben zwischendurch. Von daher darf man das nicht überbewerten, aber der Anspruch ist sicherlich ein anderer. Auch wenn Saarbrücken sicherlich ein gutes Regionalliga-Team ist. Aber trotzdem so. Das sind vier Gegendrohungen natürlich viel zu viel. So, jetzt ist die Mannschaft aufgebrochen ins Trainingslager, wie schon die letzten zwei Jahre. Danach, wie ist das, Oliva Nova, irgendwo. Klingt eigentlich wie so ein Fantasieort, ne? Ja. Wie man sich so ausgedacht hat. Das ist, glaube ich, nicht weit von Valencia entfernt oder sowas. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß bei was anderem gerade, bei dem Namen. Also. Ich ahne, worauf du hinaus möchtest. Jetzt bin ich jetzt schon wieder so schweinkramig. Ey, wir haben heute ein Niveau. Ja. Oliva Nova. Der neue Film von Oliva Nova. Ja. Ja, nein. Oliver Neville. So. Genau. Der ist jetzt bestimmt der Bürgermeister hier. Genau. Also auf jeden Fall in Spanien im Trainingslager. Seit, wann sind sie denn geflogen? Jetzt am Wochenende irgendwie, ne? Sonntag. Sonntag. Und da gibt es morgen am Mittwoch das erste Testspiel gegen den FC St. Pauli. Und dann am Samstag gibt es ein weiteres Testspiel gegen den FC Rapperswil-Jonah. Ein Schweizer, was Zweitligist, ne? Ja, ich glaube, hat auch Niklas Dams klar gemacht. Genau. Mit seinen alten Connections. Die offensichtlich, ja, das ist, glaube ich, eine große Anlage. Da sind irgendwie wohl diverse Teams da, entweder direkt dort oder da in der Gegend. Man findet dort optimale Trainingsbedingungen vor, ganz ohne Sklaven. Angeblich. Soll es auch geben. Soll es auch geben. Du machst jetzt den Werbeblock von, wie heißt diese Firma, die uns diesen... Diese Agentur, die das immer da organisiert... Mit der man auch die Fanreise dann buchen kann. Ja, habe ich vergessen. Also ich hätte es ja erwähnt, ich habe da keine Hemmungen, aber ich habe vergessen, wie die heißen. Ja. Die machen das, glaube ich, dann für mehrere Zweitligisten auch. Irgendwas mit Match-Partner-Dings oder wie auch immer. Match-IQ, nee, genau. Match-IQ, ja, irgend sowas gab es da. Was weiß ich, auf jeden Fall, glaube ich, läuft das über die und... Ja, Hauptsache sie trainieren da anständig und kommen gut eingeschworen zurück. Genau. So, dann noch einen Termin werfe ich gerade nochmal. Der ist noch ein bisschen weiter weg, aber das ist ja hier unser Lieblingswettbewerb. Das Hessen-Pokal-Halbfinale gegen unseren neuen Lieblings-Klub Hessen 3-Eich, genau. Mit Kai Hesse und Uwe Hesse und Kevin Pezzoni. Findet statt am... Was deutest du darauf rum? Findet statt am Mittwoch, den 27. März um 19 Uhr in 3-Eich, wie heißt das Ding? Hahn-Sportpark oder sowas. Hahn-Air-Sportpark. Wenn er dann noch so heißt, weiß man ja nie sowas. Oh ja, doch, ich glaube, die sind da schon länger engagiert, diese Hahn-Air. Ja, ist ja nicht weit, das kann man gut am Feierabend machen, also ich werde auf jeden Fall hinfahren. Wenn man da in der Nähe arbeitet, ja. Ich werde von hier aus hinfahren, ich arbeite... Na ja, gut. Ja, gut. Kannst mitkommen, ich nehme dich mit. Ja. Muss gucken. Verabredet euch doch immer live, das ist total spannend für die Hörer. Dich nehme ich auch mit, Sonja. Ja, kannst mich mal. Auch nochmal einen Teaser für später, aber mittwochsabends habe ich die Kinder. Ja, sehr gut. Du hast deine Frau nicht im Griff. Ja, die arbeitet da. Wem soll ich ja? Ja. Oder muss auch noch auf den Weihnachtsmarkt. Danach dann, ja. Das versteht jetzt kein Mensch, aber später versteht ihr es. Das fand ich interessanter bei der Terminierung, weil dann, das wurde festgelegt, bevor die restlichen Ligaspiele oder bis dahin dieser nächste Block an Ligaspielen terminiert wurde. Und dann hieß es dann, wenn wen freitags oder samstags drauf ein Ligaspiel hätte, dann würde das Spiel dann auf Dienstag Vorfeld erlegt. Ja, wir haben natürlich Sonntags eins. Und natürlich ist es wieder auf den Sonntag gekommen. Ich glaube, das ist nämlich dann gegen Karlsruhe dann... Das ist Sonntags. Ja, meine ich ja. Ja, ich glaube, das ist dann Ende März dann. Ja, okay. Ja, soviel zum Spielplan. Alles weitere, wie gesagt, dann halt sukzessive. Wir werden ja dann irgendwann mal gucken. Wahrscheinlich Ende Januar oder sowas. Anfang Februar nach so ein, zwei Spielen hier die nächste Folge raushauen. Und dann gucken wir auch, wie es danach weitergeht. Ja, dann, was gibt es sonst Neues? Es gibt zwei Personalien. Zum einen hat uns nicht ganz so überraschend Dominik Martinovic verlassen. Das war ja relativ absehbar, nachdem er, ich glaube, diese Saison keinen einzigen Einsatz hatte, oder? Also er war Stürmer Nummer fünf wahrscheinlich. So ungefähr, ja. Nach Schäffler, Chiré, der ja manchmal im Sturm spielt. Selbst Brandstädter hat ja nicht so viel gespielt. Und Guder dann noch. Ja, und dann Schmidt, der meistens, oder häufig auch als zweiter Stürmer so spielt. Genau, also von daher. Genau. Und hat offensichtlich jetzt auch nicht so die Perspektiven. Hat ja dann schon im, wann war es, im Oktober, im November oder sowas, ja schon mal in Großasbach so zum Test oder zur Probe mittrainiert. Das war ja just an dem Tag, als wir da beim Fantreffen waren. Und da hat er dann auch darauf angesprochen, Remi hat damals erzählt, dass jeder Spieler quasi weiß, wo er dran ist. Und das war ja im Prinzip eine klare Aussage. Der wird es schwer haben und wenn er einen anderen Verein findet, dann darf er gehen. Ja, und dazu ist es jetzt gekommen. Also er ist jetzt zu Sonnenhof Großasbach gewechselt. Ja, wünsche wem dort alles Gute. Diese Gespräche werden jetzt auch im Trainingslager dann stattfinden. Richtig, das machen sie meistens, dass sie dann so über die auslaufenden Verträge vor allem dann mal sprechen auch. Oder generell wahrscheinlich mit jedem mal so die Perspektive abklopfen. Ich glaube, da werden dann ein paar Rosen verteilt und dann... Okay, genau. Mein Beileid an alle, die denen Gacke zustehen. Habt ihr das auch noch nie geschaut, aber das gehört ja zum popkulturellen Allgemeinwissen. Ja, ja, ich guck das auch nicht, aber... Du hast vorhin Florian Silbereisen erwähnt. Ja. So, jetzt rechtfertigen dich. Nö, ich muss dich gar nicht... Ich muss mich mit gar nichts rechtfertigen. Scheiße. Apropos Florian. Oh! Ey, extrem Delling, ganz spontan. War eine fantastische Überleitung zu unserem neuen Spieler Florian Hansch. Oh, Hansch heißt der auch noch. Boah, da hättest du auch noch einen geilen dringen können. Oh, ein geiler Spieler. Guten Abend allerseits. Der schießt den... Ne, das ist Heribet Fassbender. Achso, stimmt. Ja. Oh, jetzt wird ein schön versauter Witz. Eieieiei. Voll ich dann nicht. Wer eine Hansch ist, der wollte aber gucken, ob der Ball auch wieder runterkommt. Achso, stimmt. Ja. Ja. Wenn die Google da wieder runterfällt, da liegt da Schnee drauf. Ja. Das waren die tollen 90er hier. Ranissimo. Ja, oder auch ran. Nee, da war... Ab da ging's bergab. Beckmann im roten... In der roten Jeansjacke. Genau. In der roten Jeansjacke. Ja. Also, Florian Hansch. Kann der nix für? Der kann da nix dafür. Der ist ausgeliehen bis zum Saisonende. Bis zum Saisonende. Langsam. Von der... Von dem... Bis zum Ende der Westrolle. SV. Der Sportverein. So wie wir. SV Sandhausen. Der ist da auch noch nicht so lange. Der kam da erst im Sommer hin. Der kam aus Chemnitz. Ja. War da eigentlich recht erfolgreich. Hat er... Also er ist ein... Muss man dazu sagen, so ein Flügelspieler. Oder Außenstürmer. Flügelstürmer, ja. Ja, Flügelstürmer, wie man es mal sagen möchte. Hat da wohl einige Tore aufgelegt. Und äh... Also in Chemnitz. In Chemnitz noch. Ja, letzte Saison. Und war auch da schon wohl ein Wunschkandidat für wen oder von wen. Man hätte ihn gern gehabt. Gut, er hat ein Angebot aus der zweiten Liga gehabt. Kann man ihm jetzt nicht verübeln, dass er das dann vorgezogen hat. Da kam er aber jetzt nur zu ein paar wenigen Einsätzen. Und hat da wohl jetzt momentan zumindest gerade keine Chaos-Perspektive. Und darf jetzt in der Rückrunde bei uns sich empfehlen. Von der Option oder ähnlichem habe ich nichts gehört. Ja, frage ich mal nach. Genau. Ich gehe schon mal hier ins Kinderwerk. Das freut man auch. Ja, weiß ich. Aber das ist dann auch ein cooler Lebenslauf. Von Chemnitz über Sandhausen. So, wehen Wiesbaden. Ja, warum denn nicht? Wenn man sich verbessern kann. Wenig Fußball. Ja, das ist aber so das klassische Modell. Er soll uns sofort helfen. Das heißt, wir holen nur noch einen Spieler, wenn er uns sofort helfen kann. Ja gut, aber wenn dann, sag ich mal, ein... Wenn er dir sofort hilft, ist er noch im halben Jahr weg. Er hat in der dritten Liga gespielt. Ist dann zu einem Zweitligisten gegangen. Sprich, auch der Zweitligist hat in ihm Potenzial gesehen. Auch Drittligisten war dann ihm interessiert. Das ist... Natürlich ist das ein Spieler, der dir sofort helfen kann. Ja. Das ist dann funktioniert. Ich mache mir da mehr Gedanken da. Nee, ich wollte mich jetzt nur so ein bisschen über diese Formulierung lustig machen. Wobei wir ja auch schon andere Transfers hatten. Wie zum Beispiel, wie hieß unser Freund Patrick Breitkreuz. Den man ja nach langer Verletzung dann irgendwie auch in der Winterpause geholt hat. Und wo man dann so drauf gezählt hat, dass er dann so bis zum Sommer dann quasi... Genau, so Breitkreuz und... Wie heißt Mr. Achilles? Der Abwehrspieler Hanke? Nee, Franke. Fabian Franke. Aber der kam doch nicht in der Winterpause, oder? Nee, aber der kam verletzt, oder? Mit Achilles. Ach so, ja, okay. Das waren Spieler, die einem nicht sofort weiterhelfen. Gut, Fabian Franke hat bei uns nie weitergeholfen. Das muss man auch mal so kommunizieren. Wir haben einen Spieler verpflichtet, der uns nicht sofort weiterhelfen soll. Ja, manchmal hat man auch so... Oder man macht einen Vorgriff, irgendwie bei... So hieß es doch damals bei... Ja. Man macht einen Vorgriff auf die nächste Saison, holt man ihn jetzt schon. Ja, Pulisic wird Chelsea auch nicht sofort weiterhelfen. Zumal er diese Saison nicht mehr für Pulisic spielen wird. Ja, genau. Okay, von Christian Pulisic zurück zu Florian Hansch. Spielen beide die gleiche Position? Ja. Ja, das passt sehr gut. Ja, was heißt das? Wir haben jetzt, gut, ich sag mal, den fünften Stürmer abgegeben. Das ist jetzt eher kein Verlust. Und Florian Hansch ist jetzt auch sicherlich kein 1 zu 1 Ersatz. Das klingt jetzt eher danach, als hätte man eine weitere Alternative jetzt auf den Außenbahnen. Ich könnte mir vorstellen, dass Rehm gerne Chiré immer im Zentrum spielen lassen möchte. Der hat ja jetzt häufig auch auf Außen gespielt. Und ja, da könnte dann jetzt zum Beispiel Florian Hansch. Links ist Jules Schwardoff ja ziemlich gesetzt. Hat er auch fast alle Spiele gemacht. Oder zumindest die allermeisten. Dafür, dass er letzte Saison fast gar nicht gespielt hat. Ja, 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 genau. Dass er beinahe keinen Vertrag mehr bekommen hat. Genau. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Aber rechts, da ist so ein bisschen, ja gut, links hätte man als Alternative natürlich jetzt noch Dittgen, der dann jetzt nach seiner Verletzung jetzt ein paar Spiele gemacht hat, aber dann eher mal als Linksverteidiger ja aufgelaufen ist. Was aber auch eher so eine Notlösung war, denke ich. Also ich denke, der wird dann vielleicht mit Schwardoff dann auf der linken Seite da konkurrieren. Rechts hat man natürlich noch Andrist, der bis jetzt eher nicht so richtig brillieren konnte in dieser Runde. Und Schipnoski. Schipnoski, genau, der ist auch momentan verletzt, richtig. Der hat übrigens schon mal ein paar gute Einsätze gehabt. Ja, für mich bedeutet das eigentlich, das sind, genau, es gibt zwei Optionen. Also natürlich sollte man sich einen Spieler holen, wenn man es denn machen kann. Und wenn man ihn ausleiht, ein halbes Jahr hast du da ja in dem Sinne auch kein Risiko. Aber das bedeutet für mich eigentlich entweder auch, dass Schiri jetzt hauptsächlich im Fronten zentral im Sturm eingeplant ist. Oder eben, das ist ja das, was, ich glaube, die These hatte ich auch schon mal aufgestellt, im letzten Mal, dass uns Andrist in der Winterpause vielleicht noch verlässt. Und das ist natürlich auch noch mal ein Indiz dahin, dass man da ihm zu verstehen geht, pass mal auf, der hat ja jetzt gar nicht mehr gespielt. Der kam auch irgendwann gar nicht mehr rein, weil du gemerkt hast, wenn du ihn einwechselst, das bringt auch nichts. Wir haben ihn ja auch nicht vermisst. Ja, so, und wenn er halt, woran das jetzt liegt, ist die Frage, als Außenstehender, ich habe nicht die Zeit, mir die Trainingseinheiten anzugucken, aber das ist, ich tippe eher darauf, dass Rehm so ein bisschen flexibel spielt, also mal Schiri vorne, mal Schmidt hängende Spitze, so je nach Gegner vielleicht auch, und dass er dann einfach auch auf Außen noch eine Option mehr hat. Ja, ja, gerade noch zu Andrist, letztes Jahr hat er ja auch oft auch gespielt, wenn er eigentlich vielleicht im Spiel davor nicht gut war oder unauffällig blieb und sowas, aber der hat eigentlich, ich glaube, der hat fast jedes Spiel gemacht. Ich glaube, der hatte am Ende 37 Einsätze oder irgend sowas, also die ersten paar Spiele am Anfang der Saison wurden noch eingewechselt, aber dann war er eigentlich durchgehend. Hat es über die Gesamtsaison ja auch zurückgezahlt, also hat er eine Menge Tore und Vorlagen, was hat er, 15 Tore oder irgend sowas, 12 Tore, weiß nicht, also auf jeden Fall zweistellig und zehn Vorlagen noch dazu, also das war ja schon eine ziemliche Scoring-Maschine. Dieses Jahr bis jetzt noch nicht so viel, ich glaube drei Tore so etwa, weiß nicht, ein, zwei, drei Vorlagen vielleicht auch noch, aber ja, es wirkt alles nicht so und offensichtlich drängt er sich auch im Training jetzt nicht so auf, dass Rehmin dann irgendwie mal ein, zwei Spiele dann wieder gibt am Stück, um sich da zu beweisen. Gut, gucken wir mal, was jetzt vielleicht aus dem Trainingslager rauskommt. Wäre eigentlich schade, weil ich meine, was er kann, haben wir ja letztes Jahr gesehen. Vielleicht ist jetzt da der Konkurrenzkampf oder sowas, vielleicht stachelt er ihn auch noch an, wobei den hat er auch bis jetzt schon gehabt. Die Hoffnung habe ich ein bisschen aufgegeben. Der Vertrag läuft ja auch aus von ihm. Das war nur ein Zwei-Jahres-Vertrag, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und von daher, der wird meiner Meinung nach so oder so, also nach, der wird keinen neuen Vertrag, glaube ich, angeboten bekommen. Ich verfürchte auch, oder ich glaube, dass der relativ gut verdient. Ich weiß es jetzt nicht, aber... Habe ich auch mal so gerüchteweise gehört. Der kam ja aus Rostock und ist ja Schweizer und wollte, glaube ich, auch in die zweite Liga. Das hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Und dann haben die... Ja. Und ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Es war letztes Jahr top und dieses Jahr... Ja. Nix mehr irgendwie. Ansonsten, was ich ja... Was ja so mein kleiner Wunschtraum war jetzt so eine Zeit lang, gerade nachdem sich so abzeichnete, dass irgendwie mit Andres vielleicht nicht unbedingt zu rechnen ist. Und wenn man dann so nach Ingolstadt schaut und dort unseren guten Agi Diawosi ja noch nicht mal auf der Bank versauen sieht, weil meistens ist er noch nicht mal im Kader. Durfte ein paar Mal in der zweiten Mannschaft ran irgendwie, ein paar Mal. Ich glaube, hat er, glaube ich, einen einzigen Einsatz gehabt am Anfang der Saison da in Ingolstadt. Die haben mittlerweile den dritten Trainer und keiner scheint ihn bisher einsetzen zu wollen. Von daher dachte ich, okay, vielleicht kann man den für die Rückrunde ausleihen. Da weißt du auf jeden Fall, was er hat. Er kennt auch hier alles. Das wäre eigentlich eine schöne Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob er keine Lust drauf hatte, ob er weiterhin einfach da in Ingolstadt in der zweiten Liga bleiben möchte, ob man gar nicht gefragt hat, ob man das gar nicht in der Wege gezogen hat. Ich weiß es nicht. Ja, es ist halt die Frage, was er da verdient und ob der, ich weiß nicht, seit wann jetzt der aktuelle Trainer da ist in Ingolstadt. Aber ist auch nicht so ewig. Ja, kann nicht so lang sein. Vielleicht denkt er auch, dass er sich da jetzt in der Winterpause nochmal empfehlen kann. Doch, vielleicht will er auch einfach nicht mehr in die dritte Liga. Aber gut, in der zweiten Liga ist ja die Frage, wer halt einen Ersatzmann von Ingolstadt dann verpflichtet. Ja, oder anders gesagt, wenn du es schon in Ingolstadt nicht schaffst, welche andere zweite Liga ist da. Ja. Andererseits, er ist jetzt auch erst, der ist ja noch jung, der ist jetzt, ich glaube, 20. Also bei uns war er noch jung. Oder sagen wir maximal 21. In dem Alter kommt es ja eigentlich vor allem darauf an, dass du dann halt viel spielst. Und eventuell müsstest du dann halt auch sagen, okay, ich verdiene jetzt vielleicht ein Tausender weniger im Monat oder sowas. Aber dafür spiele ich jetzt halt, bei wem kriege ich jetzt nochmal 18 Einsätze und kann nochmal zeigen, was ich kann. Ja, also es ist jetzt durch die Verpflichtung oder durch die Ausgleichgeschäft von Hansch nicht wahrscheinlicher geworden. Ja, genau. Also das habe ich jetzt. Und wir hatten ja auch schon diskutiert und sind ja auch zu dem Schluss gekommen, dass uns ein Sechser eigentlich noch ganz gut tun würde. Oder ein zentraler Mittelfeldspieler. Ja. Aufgrund der doch häufigen Verletzung von Mrowca. Und das war ja dann auch in, ich glaube, gegen Ahlen so, dass Tit Rivero war da, glaube ich, gelb gesperrt. Und Schönfeld ist ja auch verletzt. Und da hattest du dann schon eine gewisse Not im Zentrum. Das hast du unserem Spiel dann auch letztlich angesehen. Ich glaube, die waren einfach froh, dass er nicht die Winterpause noch kam. Aber das ist nur nochmal da kurz. Von daher wäre so ein, ja, jetzt kein Pizzoni, aber halt ein zentraler Mittelfeldspieler. Aber gut, das ist halt, das braucht es so einen Knipser und einen zentralen Mittelfeldspieler. Ein Spielgestalter sucht jede Mannschaft. Von daher ist es tatsächlich die Frage, was da auf dem Markt ist. Aber ein Tit Rivero ist ja auch ein gutes Beispiel für, hat uns sofort, hilft uns sofort weiter. Ja, und an dem mache ich auch, sicherlich nicht nur, aber schon ein wesentlicher Baustein, dass es dann nach dem verkorksten Saisonstart dann doch gut, oder dass wir zwischendurch diesen ziemlichen Lauf hatten, mit bis fast Sprung auf Platz zwei, also fast, hat ja dann nicht geklappt. Aber seit er kam, da kamen dann halt auch wieder die Siege dann zurück. Genau, ja, das Schönfeld hat sich ja, finde ich so, schon ein bisschen gemacht. Der war am Anfang, hast du halt gemerkt, dem fehlt halt noch einiges. Der kam ja aus einer langen Verletzung ja da zurück. Und da war einfach nicht so weit, den konntest du noch nicht über 90 Minuten gebrauchen. Und Tempo und so weiter, fehlte einiges. Das ist jetzt im Lauf der Saison besser geworden, aber der hat halt auch so ein bisschen mit kleineren Verletzungen, glaube ich, auch zu tun. Von daher kannst du auf den jetzt auch nicht 100 Prozent bauen. Dams haben wir jetzt auch das ein oder andere Mal in der Innenverteidigung gebraucht. Genau. Genau, also von daher ist, ja, wenn sie noch was machen, denke ich, wäre das so die erste Stelle, wo man nochmal hin müsste. Genau, ich denke so, also mit Dittgen als Außenverteidiger und Schönfeld im Zentrum wirst du wahrscheinlich nicht aufsteigen. Ja. Also das ist mehr so, das sind halt Ergänzungsspieler, die du auch brauchst. Das sind auch Spieler, die Drittelliga spielen können, aber haben bislang eben auch nicht, in letzter Zeit nicht, also Schönfeld war ganz gut, aber wenn er gespielt hat, aber es sind keine Spiele, die einen Unterschied machen. Und da brauchst du, das sind Spiele, die du auch brauchst, aber du brauchst schon auch noch bessere, wenn du aufsteigen willst, so sehe ich das. Ja. Leuch hat man auch noch halt so, als der auf der Sechs spielen kann, nur das einige Male getan hat, aber der macht für mich jetzt nicht so den Unterschied aus. Er fühlt auch eher so ein Backup-Spieler. Ja. Für mehrere Positionen halt. In der NBA würde der, glaube ich, den Six-Man-Award gewinnen. Das gibt so einen Spieler immer, der von der Bank kommt und durchspielt macht. Das ist einer, der kann Rechtsverteidiger spielen, der kann als Sechser spielen. Und ich finde, er macht es immer ganz passabel. Also er ist auch, hat sich da auch völlig gesteigert. Also er setzt dann auch offensiv ein paar Akzente. Den finde ich wiederum, kannst du spielen lassen. Ja. Auch wenn bei ihm noch das Glück so ein bisschen gefehlt hat bei der einen oder anderen Aktion dann. Ja. Aber gut, das ist dann vielleicht auch immer so ein Spielpraxisthema. Hat man gesehen, nachdem man ein paar Spiele hatte, war es tatsächlich deutlich besser. Also die ersten Einsätze, die er dann so reinkam, da dachtest du noch lieber Himmel? Genau, das meine ich. Also der hat sich da, also dieses Gefühl, Lor spielt, oh Gott, das hast du jetzt nicht mehr. Also hat sich da auch gut gemacht. Ja, gut, also das so zum Personellen. Sehen wir noch andere Baustellen? Oder glaubt ihr, dass noch irgendwas anderes passiert? Stadion. Nee, im Kader. Ich denke, noch einen Spieler werden sie nur dann holen, wenn sie auch noch jemand abgeben können. Da ist für mich halt Andres einfach ein Kandidat. Da ist halt die Frage, wer den jetzt verpflichten würde. Also zumal er im Sommer ablösefrei wahrscheinlich zu haben wäre. Ja, ich glaube, Riesensummen wirst du jetzt auch so nicht erlösen. Nee, du würdest dich wahrscheinlich auch auf eine Vertragsauflösung einigen, wenn du jetzt kein Vertrauen mehr in ihn hast. Also wenn du ihn halt nicht abgeben willst, dann hat sich es eh erledigt. Von daher denke ich mal, das, ja, also keine Ahnung. Ich denke, wenn sie jetzt, Martinovic wird jetzt nicht so wahnsinnig viel verdient haben. Von daher keine Ahnung, aber jetzt, weil wen kannst du noch abgeben? Wer hat denn jetzt gar keine Rolle gespielt? Fällt mir jetzt spontan, ja, keiner groß ein. Du hättest natürlich, natürlich, hat es auch keine Rolle gespielt, würde ich sagen. Modica hat keine Rolle gespielt, aber den brauchst du halt trotzdem irgendwie so als Backup eher noch. Und der war auch lange verletzt. Der ist zumindest im Kader dann auch. Und da brauchst du den, glaube ich, auch. Wachs ist momentan ziemlich hinten dran wohl, aber das ist halt immer die Frage, wann traut er sich den mal wieder zu bringen? Eigentlich als klarer Nachfolger für Minzel geholt worden. Ja, ja, klar. Ja, den hast du ja auch erst geholt. Genau. Also von daher, das sind durchaus Spieler, die, also da sehe ich am ehesten doch tatsächlich Antrist, der halt, abgefallen ist. Und vielleicht auch mit seiner Art und Weise, wie er sich dann auch präsentiert, der Mannschaft gar nicht so gut tut. Ja, ist wohl ein bisschen ein, wie sagt man so, ein bisschen eher introvertierter. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Gesellige. Ich habe noch, als du gesagt hast, der wird mir ja direkt sympathisch. Ah, jetzt. Hallo, ich soll dir die Mannschaft nicht gut und besser machen. Du hast zwei, drei, der hat zwei, drei Vorlagen, da habe ich überlegt, kann das sein? Weil das Bild, das ich von ihm habe, wenn der jetzt, als er eingewechselt wurde, einfach nur Ball im Auge und volle Suppe abgezogen. Und immer schön weit drüber, ne? Ja. Also zum Beispiel jetzt gerade gegen, so ein bisschen gebolzt. Die Führung gegen Osnabrück, das war doch seine Hereingabe, wenn ich mich recht erinnere. Das war dann nochmal abgefälscht von dieser Verteidiger. Die kam auf jeden Fall von rechts. War das nicht Schmidt? Ach, ich weiß aber nicht. Ich meine, das wäre... Hat er gegen Osnabrück von Anfang an gespielt, Andrist? Machen wir hier so Halbwissen rein. Gucken wir es halt schnell nach. Andrist, da haben wir drei Tore. So viel steht schon mal fest. Das war da auch für 15 Einsätze, bei 20 Spielen. Das stimmt, das ist eigentlich schon eine Menge. Können wir den ganzen langen Part rausschneiden? Hier steht noch keine einzige Vorlage da drin bei Kicker. So. So. Gegen Osnabrück hat er die erste Halbzeit gespielt, wurde dann zur 46, also zur zweiten Halbzeit ausgewechselt. Ach doch. Aber ich meine, das war quasi so indirekt. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht als Vorlage gelten, oder? Danach hat er nicht mehr gespielt. Nee, und hat auch für Herren schlechte Kickernoten. Also er hat genau, nach dem elften Spieltag war er dann raus, vier Spiele, um dann zweimal eingewechselt zu werden in Jena und in Kaiserslautern. Und dann hat er nochmal zwei Spiele von Anfang an gespielt, Lotte und Osnabrück. Gut, Lotte hat er fast durchgespielt, ja. Aber ich, ja, gut. Vielleicht dreht sich das auch noch, das ist halt, das ist halt tatsächlich sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt so keine näheren Informationen dazu hat. Ja. Ist auch dann unfair, da zu spekulieren. Man kann ja nur das sagen, was man so wahrnimmt und das ist eben von der Tendenz einfach nicht gut. Und was ich mir noch vorstellen könnte, ohne, also jetzt ist es wirklich völlig spekulativ, aber wenn er einen anderen Verein fände, dass Simon Brandstetter sich vielleicht verändern könnte. Gut, das kann natürlich auch sein. Also ich meine, der kam ja letztes Jahr in der Winterpause und wurde sofort eingesetzt und hat im Prinzip dann auch jedes Spiel gemacht. War sofort dann der zweite Stürmer neben Schäffler und hat das auch gut gemacht. Und jetzt diese Saison spielt er eigentlich, ja, also maximal eigentlich noch als Einwechselspieler eine Rolle. Ich glaube, von Anfang an hat er nicht viele Einsätze gehabt. Wir gucken gerade mal schnell nach. Weil ich den jetzt auch eigentlich nur ungern abgeben würde. Ja, ich mag ihn eigentlich ganz sicher mit seiner Art ganz gerne, weil er wirklich... Du brauchst auch so einen, der da mal reinkommt und das Problem ist halt, dass du bei so einem engen Spiel, wo du vielleicht nochmal so einen Impuls brauchst und wo du dann aber Gas gibst und die hatten wir selten, dass wir dann gegen Ende nochmal da Druck gemacht, haben und um das Ding noch zu drehen oder klar zu ziehen. Das war nicht so oft. Aber klar, der Schiri hat ihm da natürlich schön den Rang abgelaufen. Ja. Na gut. Okay, nee, ich wollte ihn jetzt auch nicht wegreden oder sowas. Ich sage nur, dass da noch einer, bei dem ich es mir vorstellen könnte. Ja. Okay. Ja, dann, ja, so ein bisschen Bilanz haben wir ja schon gezogen eigentlich so am Tabellenbild. Du hattest noch vorgeschlagen, wir sprechen mal so über Highlights, Lowlights. Was hast du dir so vorgestellt? Gut, ein bisschen haben wir es ja schon gemacht. Also ich ging, ich dachte mir, dass wir jeweils einen Spieler hervorheben, der eben überrascht oder enttäuscht hat. So, das wollte ich doch vorher wissen. Das stand halt auch schon eine Weile im Showtalk drin. Also, ja, weiß nicht, wer wäre eure Überraschung? Also Spieler jetzt erstmal. Ja, Spieler. Wer will anfangen? Ich meine, wahrscheinlich sind wir eher beim Gleichen. Nee, ich habe tatsächlich verschiedene, also von daher würde ich mal jetzt nicht anfangen. Ich hatte mir auch drei notiert, nur mein Handy ist abgeschmiert. Das war der Ton eben. Ja, ja, das hat sich jetzt leider heruntergefahren. Aber ich müsste es noch ein bisschen abgespeichern. Ja, aber dann fang du doch an, Sonja. Ich glaube, Chiré ist der, den ich nenne. Also selbst wenn er jetzt dann gegen Ende eher so ein bisschen noch eine Durststrecke hatte, dass er nicht mehr alles getroffen hat wie am Anfang, aber dass der sofort so gut einschlägt, hat man, glaube ich, nicht erwartet. Ja. Da waren aber sehr schöne Dinge dabei. Ja. Jetzt gekrönt hat von dem Letzten. Und also den finde ich auch total super als Spielertyp. Gerade so Spieler aus der Regionalliga, das weiß der nie so genau, was du kriegst. Und er gleich im ersten Spiel voll eingestalten, seitdem auch immer drin. Wenn du überlegst, das Guder von, der kam ja von Weiche Flensburg, glaube ich, und war da so ein Torjäger. Genau. Und Chiré kam von Havelso, die jetzt ja nicht so eine gute Runde gespielt haben. Ja, und Guder war auch, glaube ich, schon mal bei Holstein Kiel, oder? Der hat, glaube ich, auch schon mal einsetzt in der dritten Liga. Kann sein, aber auf jeden Fall haben die ja sehr unterschiedliche Verläufe jetzt genommen bei uns. Und Chiré ja auch nicht keiner, der jetzt einfach nur einen Lauf hatte über fünf Spiele, sondern der dann wirklich gar nicht jedes Spiel getroffen hat, aber dann auch tatsächlich als Flügelspieler oder als Stürmer und bei beiden erfolgreich. Also wirklich top. Ja, und ich sehe ihn einfach auch gerne. Das ist jetzt so ein Typ, der halt auch wirklich Wirbel macht und mal ein paar Leute stehen lassen kann. Ja, ja, hat natürlich ein wahnsinniges Tempo, das hilft immer. Ja, genau, das ist klar. Das ist, ich sage mal, so der offensichtliche Kommt ihr mal mit den nicht offensichtlich. Ich hätte jetzt, ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet, Jules Schwardorff ist für mich eine der positiven Überraschungen der Saison. Wir hatten es ja schon erwähnt, war eigentlich schon weg und konnte sich dann so in der Saisonvorbereitung doch nochmal für einen neuen Vertrag empfehlen und die Chance hatte sehr gut genutzt. Also spielt fast hier ein Spiel und war in vielen Spielen bester Mann oder einer der Besten, macht viel Wirbel da auf der linken Seite. Ja, gefällt mir richtig gut, freut mich sehr, dass man auch mal, dass das mal belohnt wird, wenn man dann doch nochmal an einem festhält. Ich meine, ansonsten denkst du irgendwie, okay, der war jetzt zwei Jahre bei uns, das erste Jahr war so okay und im zweiten Jahr war er die ganze Zeit verletzt und dann lässt ihn gehen und dann spielt er plötzlich woanders, bei einem anderen Drittligisten spielt er plötzlich gut und dann denkst du dir, okay, ja gut, warum hat man ihn jetzt weggegeben? Und jetzt ist es mal günstig gelaufen, man hat behalten und es hat funktioniert. Das freut mich sehr. Genau, das ist immer noch ein Mysterium, wie es da zu dieser Vertragslage kam, dass er dann als Probespieler im Trainingslager dabei war. So ungefähr war es ja, glaube ich, also er war ja, jetzt im Sommer. Genau, also er war ja, der Vertrag wurde erst nicht verlängert, aber er war ja noch sehr lang verletzt und dann schien er ja aber auch keinen wirklichen Plan B in der Tasche zu haben. Oder zumindest hat keiner Ja, also wenn er jetzt weggewollt hätte, hätte er es ja machen können. Der Vertrag lief ja aus und dann hätte er ja gehen können, aber das wollte er ja anscheinend auch nicht so richtig und dass das dann so funktioniert, also es waren auch tatsächlich, also Chiré und Schwadhoff waren auch meine Eins und Zwei in der Rangliste. Dann könnte ich jetzt höchstens noch, hatten wir ja auch schon kurz angesprochen, Tich Rivero nennen, also ein Spieler, der erst während der laufenden Saison als vereinsloser Spieler verpflichtet wird. Das ist ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil welcher Spieler ist vereinslos? Also das sind ja in der Regel Spieler, der entweder verletzt sind noch und der Vertrag läuft aus oder ja, vielleicht die sich verzockt haben oder keine Ahnung. Und das ist dann immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und der war ja dann wirklich auch einer, der wenig Anlaufzeit brauchte und dann auch unserem Spiel, wie du es ja auch schon gesagt hast, sehr gut getan hat. Und natürlich hat er so einen Namen, den man vielleicht schon mal gehört hat und Den man auch nicht vergisst, wenn man ihn einmal gehört hat. Genau. Mit oder ohne Bindestrich. Das müssen wir nochmal endgültig klären. Ja, aber auf jeden Fall ist das ja dann, ja, gerade so Spieler, die vielleicht dann auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, was so die Liga angeht. Aber bei ihm, wie gesagt, jetzt kein Superstar innerhalb der Mannschaft, aber einer, der einfach weiterhilft und auch den du jetzt nicht so groß mit irgendwelcher Theatralik oder sonst irgendwas negativ wahrnimmst. oder einfach im Spiel macht sein Spiel und Ja, das ist schon ein ziemlicher Anker so da, so im Spielfeldzentrum. Ja, wenn du mir jetzt überlegst, den hätten wir nicht geholt, dann wäre es im Zentrum aber ganz mau gewesen eine Zeit lang. Ja, klar. Nee, stimme ich voll zu. Gut, dann Enttäuschung. Die Enttäuschung. Brauche ich jetzt auch nicht groß. Die Nummer eins. Du willst gerade den Kollegen Andrist, über den haben wir jetzt schon lange genug gesprochen. Das naheliegendste, ja, ist für mich ganz klar, Andrist, der ja, einfach immer weniger zur Mannschaft gehört hat, so gefühlt. Ja, man weiß jetzt natürlich auch nicht, aber was. Ich will ihm da, wie gesagt, auch jetzt nicht Unrecht tun, aber einfach der Wert, den er hatte letztes Jahr oder letzte Saison und den Wert er dafür, wie die Mannschaft hat diese Saison, die sind halt ganz krass unterschiedlich, weil letztes Jahr lief halt sehr viel und selbst wenn er da nicht im Spiel war, hat er zumindest dann irgendwann mal richtig gestanden und das Ding gemacht und ja, jetzt weiß ich nicht. Wie gesagt, also jetzt völlig zu Recht dann auch nicht mehr so viel berücksichtigt und er hat auch im ersten, ich glaube gegen Darmstadt hatte ich ja nochmal drauf geachtet, da war er auch auf der Bank oder in einem Spiel oder gegen Saarbrücken, also da hat er auch dann nur so eine halbe Stunde noch gespielt am Ende oder so, also er scheint wirklich so ganz unten gerade noch zu stehen und das ist halt sehr schade, gemessen an dem, was er konnte oder kann, theoretisch. Okay, ja. Sonja? Also mir würde, glaube ich, noch Marc Wachs einfallen, der, wobei bei den Leistungen, so ja, er hatte ab und zu mal so Böcke drin, an die ich mich noch erinnern kann, ansonsten war so, ja, nicht so groß positiv aufgefallen auch, aber ich fand, dass der irgendwann auch krass raus war, einfach wieder. Gut, dass dann, dass Alf sich irgendwann die Position wiederholt, das überrascht vielleicht auch keinen mehr so richtig, aber dann gab es ja so ein paar Spiele, bei denen dann so eine Notlösung gebastelt wurde, mit Alf auf rechts und da stand dann auf einmal Ditkin hinten links, also nicht mal in dem Fall hat er dann hinten links seine Position bekommen. Ich glaube, da war er auch verletzt. War der da durchgehend verletzt? Weil ich meine, dass der bei ein oder zwei von diesen Spielen aber mindestens auch auf der Bank saß. Ich meine, er war auch zwischendurch verletzt und vielleicht war er auch vorhin angeschlagen oder keine Ahnung. Aber dann, da fand ich schon, dass er irgendwie sehr weit weg ist vom Team, wenn das so anders konstruiert wird. Also ich meine, dass er mindestens einmal auch zumindest noch dabei war, im Kader. Ja, also er drängt sich nicht auf. Ja, wo man gesagt hat, also jetzt muss wirklich mal einer kommen, der Alf irgendwann ablöst und es passiert halt wieder nicht. Deiner? Ja, wen haben wir da so noch? Da würde ich sagen Kolke. Keine einzigen Elfmeter gehalten, das ist eine Katastrophe. Nicht mehr länger tragt. Ich hätte jetzt Brandstetter vielleicht noch in den Rahmen genommen. Kolke war jetzt natürlich ein kleiner Schatz. Ja, ähm, ja, genau, also von denen, von denen man, oder an die man eine gewisse Erwartungshaltung hat, äh, also ich sag mal, wo ich vorher jetzt nicht viel wusste oder auch keine großen Erwartungen hatte, wäre jetzt zum Beispiel Modica und der dann halt anfangs ein paar Mal gespielt hat, wo ich dachte so, uh, das sieht aber nicht so gut aus irgendwie und dann hat er im Prinzip ja auch, äh, ja, keine Rolle, war dann auch noch verletzt, okay, auch eine ganze Zeit lang, aber es sieht im Prinzip klar nach Verteidiger Nummer 4 aus, ne, also ich meine, der ist ja in der Hierarchie, kommt immer noch nach, hinter Rettemann noch vor. Ja, so sehe ich, tatsächlich. Oder dann wäre es sogar eigentlich Nummer 5. Auch, auch von den Einsätzen. Äh, gucken wir, hast du das gemerkt? weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt mal schätzen, dass Rettemann schon häufig gespielt hat. Am Anfang hat Rettemann ja einige, genau. Ja, und zwischendurch ja dann auch nochmal, ähm, genau. Äh, ja, also wenn du so in den Verteidigung guckst. Aber, wie gesagt, bei dem wusste man eh nicht so, von daher, äh, würde ich dir auch recht geben, Brandstätte, nachdem er eigentlich eine sehr gute, äh, Rückrunde letztes Jahr gespielt hat, äh, ist doch ein bisschen, bisschen wenig, dass er eigentlich war, hat schon viele Einsätze, aber halt auch viele Einwechslungen nur, einfach nur gehabt und, äh, zwei Tore, glaube ich. Ich denke, da kann man auch Guder noch dazu zählen, wenn man bedenkt, ähm, was das auch für Wellen geschlagen hatte, da, wo ja dann, äh, Hock erst, äh, die, da die Kritik rausgehauen hat, bezüglich, äh, Kaiserslautern, glaube ich, und diesem Solidarfonds und den Wettbewerbsvorteil, den sie haben. Und dann haben sie ja Guder verpflichtet, wo dann ergeblich die halbe dritte Liga hinter dem Herr war. Ähm. War das so? Ja, meine ich, oder? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr, äh, doch, das war doch das, immerhin die Gegner geschwächt, so. Genau, dann, das war halt das Ding, dass, äh, man, diese Kritik gab es ja meiner Meinung nach völlig zu Recht an dieses, äh, Solidarverbot, kann man ja nichts ändern. Und, ähm, äh, dann haben sie, also, ich habe auf jeden Fall Guder verpflichtet, den, sowohl ein Spiel, den viele Drittliga-Klubs verpflichten wollten und dafür, äh, dass der so umworben war, kam da jetzt eigentlich, jetzt mal, etwas provokant gesagt, gar nichts. Den hättest du jetzt nicht holen müssen. Der hätte jetzt überhaupt nicht gefehlt. Das stimmt, ja. So, das ist mein Möbelgans hier. Ja, regt mich auf, so was. Diese Satzspieler, die regt mich auf. Aber gut, gute Name und dann, äh, vielleicht kommt er noch jetzt. Wollte ich gerade sagen, ich meine, äh, hat sich jetzt gewöhnt an das, ja, vielleicht. Ja, ich meine, der ist auch zum ersten Mal aus dem Norden weg. Weiß ich nicht. Kommt doch. Der ist da irgendwo her. Kommt des Nordens. Ja, der hat, wie gesagt, war der nicht irgendwie so ein, Ja, das hast du gesagt. Wir glauben dir hier nicht alles. Das mag sein, aber, äh, wir hauen heute ganz schön wieder halb bisschen raus. Ja, dann gucken wir es halt nach. Wir sind gut drauf. Das ist doch, wir haben doch, wir haben doch mehr Selbstbewusstsein behauptet. Wir haben doch alles da. Guckt doch egal. Ja, also ich denke, der hat sich das aber, denke ich mal, auch anders vorgestellt. Dass da ein Schäffler nicht vorbeigommt. Der kommt aus, äh, vom VfL Maschen in der Jugend. Äh, erst dann in der Jugend zum Hamburger SV gewechselt hat, in der zweiten Mannschaft beim Hamburger SV einspult. Ja gut, HSV Kiel. Dann Kiel, Weiche, Flensburg. Sie fragen, wo Maschen liegt. Das ist wahrscheinlich bei, drück doch mal drauf, der Maschen. Drück doch mal drauf, ja. Der Ball muss gegeben. Niedersächsischen Ort Maschen, einem Ortsteil der Gemeinde Seevetal, im Landkreis Harburg. Ja gut, das ist dann der auch. Das ist auch der. Nordkind, ja. So. Wie Philipp Müller. Hat auch nicht funktioniert. Ja, das wäre jetzt eine schöne Überleitung, ähm, zu unserer Saisonwette, aber, da sind wir noch. Genau. Okay, das waren jetzt so unsere Spiele, Tops und Flops. Genau. Ähm, du hast auch noch vorgeschlagen, wir picken noch ein Spiel jeweils raus. Ja. Ähm, wir haben uns ja gut drauf vorbereitet, von daher. Ne, ich hab hier zumindest mal die Liste der Spiele aufgemacht, also ein, da gibt's natürlich einen klaren Favoriten auch. Relativ billig, ja. Äh, für, äh, für das Topspiel meinst du? Ja, also außerhalb der Liga dürfte das ganz klar St. Pauli sein. Oder auch generell mit den Ligerspielen, also es war schon für mich einfach ein, Mhm, okay, dann sehe ich es. Also ein Sieg in der ersten Pokalrunde, äh, ist immer super, wenn du in der dritten, oder auch halt als Amateur-Team da geführt wirst und, ähm, und dann auch noch so ein packendes Spiel mit Verlängerung, ja. Ohne Elfmeterschießen. Ja. Zum Glück, Kolke ist ja nicht so, der Elfmetertyp diese Saison. Nein, aber einfach, einfach ein, das Stadion das erste Mal seit langem wieder voll, ähm, und dann noch ein, ein super Ausgang, hart umkämpftes Spiel mit, äh, ich weiß gar nicht, gab es, ist der Führungswechsel sogar? Also auf jeden Fall, ähm, Ne, wir haben zweimal geführt, Es war 1-1, 1-1, glaube ich, nach neun Minuten, gell? Ja, genau, St. Pauli hat zweimal ausgeglichen, meine ich, ne? Wir waren zweimal in Führung. Ne, wir haben Doppelschlag gemacht zum 3-1. Ach, richtig, genau, Genau, Ja, Einmal haben sie nur ausgeglichen, ja, ist richtig. Ja, also es war einfach, ja, ein komplett gutes Spiel. Okay. Ja gut, das Ding mit den sieben Toren in Köln. Dieses, ah, okay, siehst du, denn ich habe nämlich noch ein drittes Spiel. Du hast noch ein drittes Spiel. Ja, mein, mein erster Impuls, ich hatte, Pokal hatte ich nämlich jetzt zum Beispiel spontan gar nicht dran gedacht, ich hatte jetzt nur irgendwie an die Ligaspiele gedacht und da war mein Highlight, das 5-2 an Karlsruhe. Haben wir es doch. Haben wir es doch. Haben wir es doch hier, was machen wir denn so lang rum? Ja. Ah ja, Sippe 0, äh, 0 Sippe. 5-2, 8 Rabattmerkschaftsache. 3-2. Ja, gut, dann, ähm, äh, Lowlights, hatten wir auch ein paar. Äh, willst du anfangen, Sonja? Wenn ich denn eins wüsste, was war denn das, ich weiß nicht, ich habe kein klares, denn klares Lowlight ist schwierig. Ich habe ein ganz klares, dann fang du doch an. Dann fang ich mal an. Dann fang du an, weil ich hätte sonst gesagt, Lowlight war einfach der Saisonstart. Äh, ne, mein ganz klares Lowlight ist das Heimspiel gegen Jina. Montag, also unser erstes Montagabendspiel, und wir verlieren das 2-3, was unnötig wie ein Kropfer. Hätten wir eigentlich auf jeden Fall gewinnen können, fast schon müssen. Ähm, vor allem, weil du halt gerade vorher, äh, eigentlich gut, gut drin warst. Äh, da hatten wir gerade unsere Siegesserie da, mit, äh, was war das? Äh, ja, zumindest mehrere Spiele hintereinander gewonnen. Das war nach dem 7-0 gegen Köln. Genau, das, das war direkt davor, das 7-0, genau. So, und dann denkst du irgendwie, okay, jetzt zu Hause, äh, Flutlicht, äh, Jena ist jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Aufstiegsfavorit und so weiter, musst du zu Hause eigentlich gewinnen und dann so ein Kackspiel. Also das, das hat mich wirklich sehr, sehr frustriert. Da hab ich richtig dran zu knabbern gehabt. Naja, aber bei mir hält sich das so die Waage, weil ich dachte, ich bin öfter mal mit genau diesem Gefühl rausgegangen, halt auch jetzt, wo wir gerade vorhin das irdigen Spiel besprochen haben, das war ja auch so, wo du denkst, boah, ey, muss man das jetzt wirklich verlieren? Ja, aber da kannst du ja wenigstens jetzt noch schön reden, dass du sagst, äh, die ist halt ein Spitzenteam, äh, in der Liga. Ähm, und auch vom Spielverlauf her. Da kamen wir ja nicht so wirklich, ich meine, gegen jene haben wir ja glaube ich sogar geführt, äh, oder zumindest stand es zur Halbzeit 1-1 und dann, ähm, und dann gehen die ja dann da irgendwie durch so ein Kacktor in Führung und dann stehst du dann halt irgendwie schon in der 60. Minute oder irgendwas viel zu offen, dass du dir da schon, oder in der 70. Minute schon so ein Konter da zum 3-1 irgendwie fängst und dann haben wir uns halt nicht mehr geholt. Äh, aber okay, gut, ähm, du hast du dir Ding, oder was? Ne, ne, ich bleib wirklich bei, äh, bei dem Saisonstart. Saisonstart. dass es nach dem Sieg in allen, dass es so lange wirklich so mies aussah. Mhm. Also du packst dann die Niederlagen in Rostock und gegen Cottbus zusammen. Also zu Hause gegen Cottbus. Ja, das war ja glaube ich dann noch nicht so richtig gelaufen. Dann gab es dann noch das. Also das hat ja noch ein bisschen länger gedauert. Ja, auf jeden Fall. Dann gab es das Unentschieden gegen Braunschweig und dann noch zwei Niederlagen. Ja. Ja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Unterhofen und Würzburg. Ja, und dann hingst du irgendwie total unten drin, warst du glaube ich auch schon auf dem Abstiegsplatz dann mal, also nach, wirklich auch nach Spieltagsende. Ja. Und da sah es ja mal richtig kacke aus und da war es dann auch so von der Stimmung insgesamt her, also da waren einfach, das waren alle Spiele, die dann so genervt, dann nach so, oh Mann, jetzt nicht schon wieder verloren. Und dann kam Titsch. Genau. Und dann kam dieses Hessen-Vokalspiel da in der Schwiege. Genau, das war sein erster Einsatz. und damit ging es dann. Hat er dich dann sogar getroffen gleich im ersten Spiel? Ja, also ich war da. Ja, genau. Ich fand auch, also von der Szene der Hinrunde, die mich am meisten genervt hat, war tatsächlich der Elfmeter für Rostock rausgeholt von unserem Ex-Spieler Marco Königs. Ach, das Ding, ja. wo da, also der, ich glaube, Mockenhaupt da die Flanke so zu einer Bogenlang abwehrt und der dann da am Spielfeldrand da und Kolke rauskommt und das war so die nervigste Szene für mich. Ansonsten fand ich es auch ziemlich, ziemlich kacke, dass er an meinem 40. Geburtstag sich in Münster sang und klanglos 2-0 haben vermöbeln lassen. Ja, was heißt sang und klanglos? Das war eigentlich, eigentlich haben sie nicht schlecht gespielt. Ja, das Ergebnis war die, das war die höchste Niederlage überhaupt. Das stimmt. Aber ich glaube, zwei Tore davon waren der irgendwie erst in der Nachspielzeit oder irgend sowas. Ne. Also eins auf jeden Fall. Klick drauf. Ich klick drauf. Klick drauf. Klick drauf, ja, was ist denn da los? Das war vielleicht in der, in der Schlussphase auf jeden Fall. In der, nach der 80. Okay, aber ihr habt schon wieder ein Definitionsproblem. Ja, Nachspielzeit ist ja nach der 90. 84. Und 92. Ja, okay, dann eins. So. Auf zur Eigentor. So, das ist auch mal, wenn das kein Lowlight ist. Ja, gut, wie gesagt, das war ja dann. Danach war er verletzt. Na, gut, das kostet Scham. Ohne es jetzt nachzugucken, kann sein, das. Ne, war er wahrscheinlich nicht direkt, aber. Ja, naja, gut. Also der Saisonstart ist schon sehr umfassend. Ja. Ja, das ist jetzt, aber da haben wir jetzt natürlich gleich die, wenn wir es mal positiv formulieren wollen, jetzt in den nächsten Spielen gleich die Möglichkeit, uns da schon mal am meisten zu verbessern. Hallen haben wir jetzt zweimal besiegt. Genau, da konnten wir uns sozusagen nicht verbessern, jetzt im Vergleich zur Vorhunde, zweimal das gleiche Ergebnis jetzt. Aber, ähm, gegen alles, was jetzt in den nächsten fünf Spielen kommt, können wir im Prinzip nur mehr Punkte holen als vorher. Mehr als den einen? Richtig. Der eine gegen Braunschweig, ja. Selbst der war noch knapp. Der war noch knapp, ja, das war doch, waren noch zwei Tore in der Nachspielzeit, oder ganz zum Schluss auch. Ja, eins kurz vor. Ja, ja, das war beides ganz spät. Also wie in Münster so. Ähm, und im Nachhinein, wenn du dann halt in den Saisonverlauf von Braunschweig anguckst, denkst du auch irgendwie, meine Güte, da hättest du eigentlich, äh, mindestens gewinnen müssen. Das hat da schon zu unserem, der, derzeitigen, zu der Verfassung da gepasst, zu der derzeitigen Verfassung gepasst, ja. Okay, ähm, es gab auch beim, wo war es denn, beim, äh, wie hieß es bei der Kurier? Nein, es gab hier bei Liga3.de, hatte ich noch einen, einen Artikel zwischen Bilanz der Neuzugänge. Boah, die haben wir jetzt aber alle schon durchgesprochen, oder? Ja, die will ich, nee, nee, will ich jetzt auch gar nicht, ähm, ich war auch nicht bei allen, äh, ganz einverstanden, aber den Artikel würde ich einfach mal verlinken und in die, in die Shownotes packen. Äh, wer das nicht mitbekommen hat, weil Liga-3.de ist vielleicht jetzt nicht bei jedem irgendwie so auf dem, auf dem, Radda, ähm, das packen wir dann nochmal rein. Gut, haben wir ansonsten noch hier irgendwas, ach so, hier, äh, hier zu dem Thema was, Ärger um Fanbanner. Das hatten wir doch auch schon, oder? Hm. Ach nee, das ist was anderes. Genau. Das hatten wir nicht. Das war, beim Merkurist. Im Merkurist, genau, und zwar, äh, jetzt im letzten Heimspiel gegen Ahlen, da, Schanz nicht mitbekommen. Ja, ich ja natürlich auch nicht, ich war ja nicht da, aber, ich war da, ähm, genau, da wollten hier unsere Ultras, die Supremos, Supremos sind die Ultras, oder? Kann man so sagen. genau. Gibt's noch eine andere Ultra-Gruppe? Ich glaube, die nennen sich gar nicht Ultras, oder? Ja. Die sind im Prinzip, also zumindest die, die sind das, die aktive, die aktive Stine. Aber ich dachte, Ultras hätte sich aufgelöst, als sie runter sind, aber also, vom Namen her. Und das sind von was? Als es nach Wiesbaden geht. Nee, das waren die. Eieieieieieiei. Eieieieiei. Oh, 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 jetzt dich ärger. Egal, ist mir auch völlig wohlführend. Hör dir nochmal Folge 5 an. Da war ich noch nicht dabei. Mit meinem Gastbeitrag, zu der Feindschaft, oder zu der Fan-Rivalität zu Jan Rieksburg. Genau. War das Folge 5? Keine Ahnung. Ich bin seit Folge 12 oder 13, glaube ich, dabei. Ja, das muss irgendwann kurz vorher gewesen sein. Es waren 8 und 9 wahrscheinlich. Geht's hier bergab. Egal. Ja, jedenfalls, ähm, wollten die wohl ein, äh, Banner mitbringen, äh, wo drauf stand, rechte Brandstifter enttarnen und ihnen das Handwerk legen. Äh, ging's wohl auch zu, äh, im Dezember kam's zu zwei Anschlägen auf linke Zentren in Frankfurt. Ähm, ja, gut. Tendenziell ist ja die Ultraszene eher links. Üblicherweise, also zumindest in den, in den meisten, äh, Fernszenen. äh, 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 und, um das an der Stelle mal anzubringen, mir ist tendenziell links auch, äh, lieber als tendenziell rechts, äh, so viel. Ja, mir auch sehr viel lieber. Steht auch, steht auch fest. Ähm, so, jetzt wollten allerdings, äh, wer, der Verein wollte kein Banner mit politischem Statement, ganz grundsätzlich, äh, wollen sie es nicht. man hat angeboten, das Wort Rechte einfach abzutrennen, sodass dann halt dann nur noch steht, äh, Brandstifter enttarnen und ihnen das Handwerk legen. Aber dann kommt wahrscheinlich dann die Message, das ja irgendwie wohl auch nicht mehr an. Das wollten dann die Supremus nicht. Und, äh, deswegen haben sie das Banner dann eben nicht, äh, aufhängen dürfen. Ja, gab's jetzt ein bisschen Ärger. Hat's sogar bis zu, wie heißt diese eine, äh, diese eine Fanseite da, Fan geht, ne, weiß ich nicht. Schon wieder vergessen. Ähm, irgendein Fan, Fan, Fanportal. Ach, diese Pyre-Propaganda-Seiten. Ja, ja, genau sowas. Sogar da wurde es dann mal, mal erwähnt. Faszination-Fankurve wahrscheinlich. Faszination-Fankurve, so heißt das, genau. Ja, was halten wir denn davon? Naja, es ist, gab's da nicht noch mehr Diskussionen, dass man erst gar nicht wusste, wer hat das jetzt überhaupt verboten? Und da gab's ja noch so ein Hin und Her, weil, also grundsätzlich finde ich es immer eine schlimme Aussage, zu sagen, ja, was Politisches wollen wir nicht, weil dann, da stellen sie sich wieder einmal an Saisonbeginn hin und zeigen irgendwie die rote Karte gegen Rassismus, so als, äh, Das ist doch auch ein klares Statement, oder? Ja, aber, 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 aber das sind halt so diese, diese Aktionen. Da geht's halt an der Stelle nicht weiter, dann ist das nur dieses, dieses Symbolhafte hier, wir haben doch mal was getan und dann, wenn's irgendwie konkret weitergehen soll, dann sagen sie, nee, politisch wollen wir jetzt hier so nicht. Das finde ich schwierig. Also jetzt, das ist ja auch so der größte Unsinn, irgendwie, Politik hat im Stadion nichts verloren, das ist ja gern so ein, so ein viel zitierter Spruch, ist natürlich Quatsch. Also gerade in so heutigen Zeiten ist das sehr schwierig dann. Generell, äh, wie gesagt, das jetzt alles unter Vorbehaltung, weil ich jetzt nicht genau weiß, wer da wie was verboten hat, ob's, weißt du nicht, weiß nicht, Verein, dann kommt der Ordnungsdienst und wer da jetzt am Ende wie dran ist, ähm, hab ich einfach nicht komplett verstanden. Aber letztlich, guck mal, wie der, der Klaus Fischer heißt der von Eintracht? Peter Fischer? Peter Fischer. Peter Fischer. Peter Fischer, der wird den Fall rückziehen. Ja, Peter Fischer, der hat auch ganz klar gesagt, hier, wen sie wollen und wen sie nicht wollen. Ja, das kann man ja auch so klar sagen. Also ich meine, das machen ja sonst nicht viele, aber... Nur wenn da jetzt steht, also Brandstifter enttarnen und ihnen das Handwerk legen, ist ja erlaubt, aber Rechte davor nicht. Ja gut, beschweren sich die Rechten, dass dann, äh, da nicht steht, linke Brandstifter enttarnen. Also ich meine... Ist ja wahrscheinlich so. Ja genau, aber wo ist denn da jetzt... Nur weil du gegen... Bei einer Sache sagst du, das geht so nicht, heißt das ja nicht automatisch, dass man das andere toleriert. Das kommt ja noch dazu. Also wenn jetzt da ein paar Leute, die mir jetzt ja so nicht bekannt sind, zum Glück, der Fangruppe oder was, irgendwas gegen links, hochheben würden, dann nach dem Motto, linke Zecken, aufs Handwerk, aufs Handgelenk treten. Ich stelle mir gerade vor, wie du der Zecke aufs Handgelenk drückst, da musst du echt präzise sein. Linken Zecken, ja. Ich habe das Handgelenk auch erwischt. Nein, also, wie gesagt, also ich verstehe es auch nicht. Natürlich ist es für einen Verein immer so ein bisschen, ähm, eine Schwierigkeit, da in kein Fettnippchen zu treten, aber da ist eben die Frage, was ist jetzt das Kleinere und was ist das Größere. Und, ähm, ja, das hat so wahrscheinlich höhere Wellen geschlagen, wie wenn sie es einfach, äh, gezeigt hätten und, äh, das hätte dann auch keiner interessiert. Und keiner hätte es wahrscheinlich wirklich mitbekommen. Das wäre wahrscheinlich nie irgendwo eingeblendet worden. Zumindest hätte es, genau, wäre es jetzt nicht, äh, in verschiedenen, ähm, Medien transportiert worden. Äh, ansonsten ist so eine Initiative natürlich immer positiv und ich denke auch jeder, der eine politische Haltung hat und, ähm, die ausdrückt, ähm, sollte in seinem Tun auch bestärkt werden. Ja. Ich meine, äh, zumal das jetzt, also vom Wortlaut jetzt auch jetzt kein irgendwie, äh, Das ist ja kein Aufruf zu irgendwie. Genau, das ist jetzt kein, kein Gewaltaufruf irgendwie, keine Ahnung, haut irgendjemand aufs Maul oder der Schlag zu Tod oder irgendwas, sondern, äh, das ist ja im Prinzip, äh, ein Aufmerksam, ich sag mal, ein Aufmerksam machen auf ein offensichtliches, äh, Problem. Gut, man könnte höchst argumentieren, das ist so ein, äh, klausuliertes Ding für die Polizei, ist auf dem rechten Auge blind, manchmal. Ja, aber nachdem wir jetzt, aber gut, das muss man halt auch einfach mal so attestieren. Selbst das ist ja jetzt auch nichts, keine strafbare Meinung sozusagen. Das darf man ja auch nicht immer sagen. Ja, nachdem wir jetzt gerade hier in der hessischen Polizei ja irgendwie da diese, die sind, äh, Skandale da hatten, wo, äh, Das kann man durchaus mal so kommentieren, ne? Würde ich sagen, ja. Wie gesagt, wird gerne, wer da jetzt gesagt hat, was wie nicht sein soll, also es ist, äh, auf jeden Fall gut, dass man das doch so, wer auch immer es war, inhaltlich ist es total scheiße. Ja. Ich wäre gut, dass man es so noch mitbekommt, weil ich habe es tatsächlich am Spieltag nicht mitbekommen, aber wie denn auch, wenn man es, Wenn es nicht da ist. Wenn es nicht da ist. Ja, man hätte vielleicht mitbekommen können, es gab offensichtlich dann da irgendwie so eine gewisse Auseinandersetzung dazwischen, äh, den Fans und, äh, der Polizei halt eben da drum. Und bevor es da halt irgendwie wohl handgreiflich wurde, äh, ging wohl, äh, Volker dann dazwischen konnte, zumindest erst mal schlichten. Äh, so habe ich das jetzt da rausgelesen. Wenn man die Hintergründe kennt, kann man das so auslegen. Ja, also zumindest haben sie dann nicht mit Trillerpfeifen protestiert, was ganz gut war. Ja. Gut, dann, ähm, schließen wir dieses Thema mal ab. Ähm, aus der Jugend haben wir jetzt gerade eigentlich nicht viel Neues, äh, die sind ja schon deutlich länger in der Winterpause. Das Einzige ist, das hat man auch schon angekündigt, da wurde ein Spiele, äh, wie heißt er noch gleich? Äh, Vasilios Polikronakis, ähm, der aus der U19, äh, des SVW stammt, der ist, äh, zu einem Länderspiel der griechischen U19 eingeladen worden und wurde eingesetzt, sogar in der Startelf. Hat nur die griechische Witze-Schublade nicht schon aufgemacht, letzte Mal? Ja, ja, der hat schon alles geklappt. Da hatte ich, da hatte ich die Meldung irgendwie, dass er eingeladen wurde zu diesem, zu diesem Spiel oder so und der wurde tatsächlich, hat er da auch gespielt, also er ist jetzt, äh, U-Nationalspieler. Glückwunsch dazu. Ähm, und dann, auch mit Beteiligung des SVW in Wiesbaden, in dem Fall der U17, äh, findet jetzt am kommenden Wochenende der bekannte Liliencup statt. Das ist ein tatsächlich renommiertes, äh, Nachwuchsturnier, Hallenturnier. Ähm, wir haben es auch hier, ich glaube, letztes Jahr bestimmt auch schon mal erwähnt. Du erwähnst den Tapfer jedes Jahr. Ich erwähne das immer, weil ich mir auch schon seit vielen, vielen Jahren vornehme, äh, da mal hinzugehen. Und klappt? Vielleicht klappt es diesmal. Noch, äh, besteht die Chance. Das ist jetzt, ähm, wie gesagt, kommendes Wochenende, also 19. und 20. Januar, in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit. Nicht, ähm, Elsässer Platz, wie ich neulich mal fälschlicherweise gesagt habe. Also in der Volleyball-Halle. Ja, genau. Also die große Halle mitten in der Stadt. Die Halle halt. Die große Halle. Wo sonst viele Klatschpappen. Genau, mal gucken, wie es dann da ist. Aber ich gucke tatsächlich mal, vielleicht schaffe ich es diesmal. Das ist mit West Ham United, also englischer Witz finde ich nicht mehr. Kannst du auch mal englisches Team gucken. Arsenal ist auch dabei. Und, äh, hier auf dem Plakat steht über Arsenal London. Äh, äh, ne, aber ansonsten, ähm, ja, schon ein illustres, äh, Teilnehmerfeld. Äh, Leverkusen, Frankfurt, Rapid Wien, Arsenal, Red Bull Salzburg, okay. West Ham United, ähm, Mainz 05, FC Augsburg, FC St. Pauli, SVW in Wiesbaden und Hannover 96 und natürlich der Gastgeber die Spielvereinigung Sonnenberg. Ähm, auf, äh, www.wiesbadener-liliencup.de gibt es auch alle Infos, äh, was hier so an, keine Ahnung, Kartentverkauf, Elterntelefon, die Nummer gegen Kummer. Ja. Äh, ähm, ja, jedenfalls werden wir auch mal verlinken und wenn ihr das noch rechtzeitig vorher hört und davon nicht wusstet, eilt dorthin. Samstag, Sonntag, ähm, ist bestimmt eine nette Sache. Gut, dann kommen wir auch schon zu unserer beliebten Kategorie Buntes. Ich sag dazu nix. Du sagst dazu nix. Ich hab's euch weitergeschickt, ich verbrauch. Kannst es dir einfach vorlesen, wie du es da hingeschrieben hast. Ich hab das ja noch editiert. Du hast das editiert. Wir reden über SR5. Wer nicht weiß, wer das ist, muss es nachgucken. Genau. Nein, wir haben auch schon erwähnt, unser junger Innenverteidiger Sören Reddemann. auch auf Instagram sehr aktiv und seine Freundin auch. Was macht seine Freundin beruflich? Wissen wir das? Sie influenzt. Ist sie Influencerin? Ist das ein Beruf? Ich hab keine Ahnung. Ist sie YouTuberin? Ich hab meine da was gelesen zu haben von irgendwas von H&M, oder? Ist sie Model? Model für H&M oder arbeitet sie bei H&M an der Kasse? Wissen wir nicht. Ich meine irgendwas mit H&M gelesen zu haben, aber wahrscheinlich ist sie die Spielerfrau. Aber Spielerfrau. Wreck sagt man doch in England, Wife and Girlfriend. Ähm. Ja. Jetzt erzählt er uns, was die in England sagen. Wie ist er draufgepasst? Ihr wisst ja gar nichts. Ich hab noch nie sowas gesehen. Ich kenn sowas nicht hier. Ja, ja. Guck ich schnell an. Ja, auf jeden Fall hat er ein tolles Geschenk bekommen. Genau. Zu Nikolaus hat er eine Tasse bekommen mit der Aufschrift Fußballgott. Sonja lacht. Warum lachst du? Ich glaub, die haben gewichtelt innerhalb der Mannschaft. Innerhalb der Spielerfrauen. Und jeder hat diese Tasse bekommen. Also, vielleicht hat die jeder bekommen. Das kann natürlich sein. Nein, die hat er von seinem Schatzi bekommen. Von seinem Schatzi. Ja, irgendwie es stand relativ wörtlich auf Instagram hat er es so gepostet. Du wolltest dazu nichts sagen, aber du bist in unserer Falle getroffen. Ja, ihr kriegt's ja nicht an. Ja, du bist in unserer Falle getroffen. Jetzt mach. Genau. Ja, also Sören, Fußballgott Reddemann hat eine neue Tasse und jetzt war er mit seiner Influencer-Freundin da, wo alle Fußballer ihren Weihnachtsurlaub verbringen. Wir haben es auch in der vorletzten Doppel-Sechs-Folge auch gehört. Wer alles da war, irgendwie Ina Aogo und Sie haben ihn aber nicht mehr aufgezählt. Ja, sie haben ihn nicht aufgezählt. Das ist natürlich ein großes Versäumnis, denn Sören Reddemann war auch in Dubai samt Freundin und macht ihr dort einen Heiratsantrag vor dem letzten deutschen Einheit. Nein, an der Dubai Mall, hinter der Dubai Mall vor diesem Riesenhochhaus da. Wie heißt das? Burj Dubai? Du warst da. Taj Mahal. Burj Dubai. Burj Khalifa. Burj Khalifa. Ich verwechsel die immer. Ich gucke mich doch nicht so fragen. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls da dieses Riesenmonster-Hochhaus da, dieses 800-Meter-Ding oder was. Das Foto sah schon so von der Kulisse ganz gut aus. Ja, aber dann frage ich mich. Das Foto können die unmöglich mit nur zwei Leuten gemacht haben. Ja, also ich war einmal dort und da war da natürlich ziemlich Betrieb. Von daher frage ich mich entweder, also ich meine, das war ja schon am Tag. Es war taghell. Es war taghell. Das heißt, da müssen auch Touristen sein. Das heißt, die haben die irgendwie verscheucht. Hier, ich muss mal schnell hier auf die Knie gehen. So, ja. Oder sie hatten irgendwie, keine Ahnung, Bodyguards dabei, die dann da irgendwie mal den Platz freigeräumt haben oder wie auch immer sie das hingekriegt haben. Und dann da sich natürlich kunstvoll in Szene gesetzt und das auf Instagram natürlich dann gleich verteilt. Das ist unangenehm. Wahnsinn. Ja, wäre jetzt auch nicht mein Stil, aber okay. Ich frage mich nur eins. Jetzt kommt's. Wenn du schon so einen Aufwand betreibst, dass du jetzt irgendwie diesen riesen Platzfreifähigste irgendwie von Menschen irgendwie und da hast geplant, dass das auch dann natürlich Warum kannst du dann nicht auch deinen Strafraum sauber halten? Warum kannst du dir dann nicht wenigstens irgendwie was anderes anziehen als so ein jämmerliches Jeanshemd, was aussieht wie von der Kleiderkammer? Das sah nicht gut aus. Das sah aus wie gar nichts. Da kommt er aus der Dubai Mall, der größten und teuersten Mall der Welt und hat da so ein lausiges Hemd an. Was soll denn das? Oh Gott, ich bin hier mit der Style-Polizei. Ich fand ihre Hand so, weil die hatte ihre Hand so krass in die vor den Limpien gestreckt. Ich fand ihre Hand sehr, weiß ich nicht, vielleicht ist das so eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich fand die irgendwie sehr, weiß ich nicht, so komisch einfach sah die aus. Also Handmodel war sie sicherlich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, guckt es euch an, falls euch das jetzt beschäftigt, dieses Bild. Ich glaube, das ist einfach nur schlecht beschrieben, jetzt muss ich es jeder angucken. Ja. Ja. Gut. Und folgt ihr auf Instagram und ihm. Folgt allen. Folgt uns auf Instagram. Ja, hallo. Folgt ihr bei uns. Dann habt ihr besseren Content. Ja. Bei mir gibt es recht wenig. Ja, kann man ja ändern. Ja. Ich habe jetzt zum ersten Mal ein Nicht-Fußball-Bild gepostet. Ja gut, da können wir dir jetzt entfolgen. Ich könnte mich jetzt entfolgen, aber es war so schön und da habe ich jetzt ein Urlaubsbild habe ich jetzt gepostet letzte Woche. Oh. Ja. Aber ich habe ein Herzchen bekommen. Oh. Okay. Wir folgen sonst, du folgst vielen Spielern, oder, Sonja? Ja. Oder Spielerfrauen. Aber das, Spielerfrauen bestimmt nicht. Nee? Ja, es ist immer so ein Mix aus Neugier und natürlich auch hier für die Rubrik Bundes und aber auch so, oh, Alter. Ja, weil, das ist ja bei dem Doppelsex-Podcast ganz lustig, weil dir dann auch alle möglichen Spielerfrauen folgen und der Tochter von Willi Herren und so. Ja, aber die müssen, die müssen sich ja nicht mit Sören Reddemann auseinandersetzen. Nee, die spielen ja eine Liga höher. Ja. Aber er würde auch gerne eine Liga höher spielen, glaube ich, in jeder Hinsicht. Also was man ihm zugutehalten muss, ist, dass sie ja sich schon so lange kennen und das ist ja jetzt einfach der logische Schritt. Ja, ja, ja. Ich will ihm auch gar nicht sein privates Glück gedeihen, um Gottes Willen. Ich finde halt, ich meine, ich sage mal, bei den Großen finde ich diese Inszenierung ja schon sehr peinlich. Aber dann, wenn dann irgendwie halt ein Drittliga-Ersatz spielt, dann halt auch so eine Social-Media-Nummer dann abzieht. Aber okay, gut, muss jeder selbst wissen. Das gehört halt wohl dazu heutzutage. Wir könnten das Foto irgendwann mal nachstellen. Der nächste, der du da isst, muss ich nicht. Ihr beide. Ja, der nächste, der du da isst. Auf Platz der Deutschen Einheit, komplett leer. Vor der Halle. Vorm Dönerladen. In den gleichen Klamotten. Vorm Dönerladen und dann legen wir da noch irgendwie so eine Scheibe Golden Toast auf den Döner. Dann haben wir auch noch irgendwie die Ribéry-Szene auch gleich noch noch angestellt. Ja, gut, ne? Super. Mit Klatschpappe. He said yes. Ja, Fotos müssen wir sowieso noch machen hier. Ob das die beste Idee ist, ich weiß nicht. Ja, unsere Leute, die Leute wollen nochmal sehen, wer wir sind hier. Ja, die Saisonwetten lässt du weg, ist nichts passiert. Ne, da ist eigentlich nichts los. Sonspende, genau. Sonspende, ja. Ich stehe mittlerweile bei 106 Euro. Du wartest immer noch auf das erste Pflichtspicheltor von Max Dittgen. So wie du von Off Müller, ja. Ja. Und das zweite von Placher. Ja. Und dann haben wir noch unsere Hörerin Jana, die hat ja auch eine Saisonspende angeboten. Wenn ich es richtig gezählt habe, müsste sie noch bei 81, bei ihr geht es ja rückwärts, müsste sie noch, glaube ich, bei 81 Euro sein. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja. Wenn ich mich nicht verzählt habe, aber sie kann uns ja mal den aktuellen Zwischenstand zuschicken, Jana, dann können wir das beim nächsten Mal auch vermelden. Hatten wir schon gesagt, was passiert, wenn sie in den Minusbereich kommt? Ob sie dann Geld kriegt? Von uns? Sind wir ein Risiko eingegangen? Nee, ich glaube nicht. Scheiße, ey. Gerade ist schon ein neues Equipment gekauft, dass wir uns auch eine Wette reingekommen. Gut. Ja. Dann wäre jetzt der Moment, um zur Kategorie Ehemalige zu kommen. Oh, da haben wir was ganz, was Feines. Da hast du was ganz Tolles ausgegraben, sondern? Ja, da muss ich sagen, ich habe das nicht persönlich ausgegraben, sondern es ging in der Redaktion irgendwann rund. Ich weiß leider gar nicht mehr, wer als erstes In der Stehblock oder in der NEL-Redaktion? Nein, da ging es später rund. In der HR-Redaktion ging das rund. Unser Partner, Medienunternehmen. Ich weiß nicht, ob wir dir so ein Video dürfen, aber sagen wir einfach mal ja. Guckt einfach mal HR-Videotext im nächsten 2-2-2. Wenn ich nicht in NEL stehe. Neue Sendung online, neue Folge online, NEL. Ja gut, da die Kollegen von Fußball 2000 eine eigene Seite im Videotext haben. Oh, kannst du uns da mal reinschmuggeln. Ja, mach ich mal so weiß auf weiß und dann mach ich es euch kurz sichtbar. Warte Laptop runter und mach den Fernseher an. Nee, pass auf. Es gab ein, was war das, so ein Redaktionsgespräch beim Wiesbadener Kurier mit so ein paar mehr oder weniger bekannten, unbekannten Fußballleuten, Trainern, Funktionären aus der Region rund um Wiesbad. Jetzt fängt es jetzt hier an, was zu malen. Nee, ich mach mir nur eine Notiz. Mach dir mal eine Notiz. Und da kamen so ein paar schräge Audios raus und dann stellten wir fest, den Typ, der da die schrägsten Sachen gesagt hat, war Werner Off. Und Werner Off, da kann uns der Micha erklären, wer das ist, weil das stand dann irgendwie online bei FUPA oder so, das ganze Video von diesem ganzen Gespräch, das ist irgendwie anderthalb Stunden oder so. Wer war denn da sonst noch? Da waren nur Leute, die ich nicht kannte tatsächlich. Also alles irgendwie hier Trainer oder sonst irgendwie hier so aus der Region. Trainer, Funktionäre, die sich da zusammengeholt hatten. Ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, wann er Trainer war beim SVW, aber er war Trainer beim SVW. Er hat davor sogar auch gespielt beim SVW. Siehst du, dann hast du dich besser, für bessere Recherche betrieben. Ich dachte, du wolltest uns hier raus. Ja, da wusste ich jetzt nicht, dass ich das machen soll. Aber du bist doch die Journalistin, die da recherchiert. Ja, deswegen steht es auch da. Ja, dann erzähl es uns doch. Auf jeden Fall ist Werner Off vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. Ich dachte, wir hätten hier ein Zeitzeugen. müssen. Ja, dann müsstest du mal aufrufen kurz. Ja. Auf jeden Fall, ja, war der mehrfach für den SVW in Tänik, sagen wir so, auf dem Halberg, zu Halbergzeiten. Und er hat es, ja, jetzt zum Trainer des SV Erbach gebracht. Oder wahrscheinlich wohnt er da und macht noch ein bisschen was. Also er hat tatsächlich als Spieler auch mal ein paar Zweitliga-Spiel gemacht, glaube ich, bei Fürth oder sowas. So Ende 80er. Hier, er hatte sogar einen Wikipedia-Eintrag. So. Der war vom 1. November 1999 bis zum 6. Mai 2000 Cheftrainer. Ja, aber der war vorher, war der Trainer von der zweiten? Klick mal an. Ja, also hier steht, hat die Sonja schon rausgefunden, er war... Er war Trainer und die zweite hat er dann auch mal trainiert. Also beim SVW jetzt und ich kann jetzt nicht genau die Station sagen, wie er jetzt irgendwann in Erbach gelandet ist, aber das ist Kreisliga A. Er war bei Schott Mainz Spiele. Ja, und dann erste FSV Mainz 05. Ja, vielleicht kam da der Klacks her. Und Fürth war er. Und Fürth, genau. zweite Liga damals gespielt, danach wieder Mainz 05, da war er weiterhin vier Jahre Stammspieler, also offensichtlich auch, das war auch schon zweite Liga damals Mainz, 80er Jahre wahrscheinlich. Das weiß ich nicht genau. Weiß ich nicht, ist auch egal. Jedenfalls, seine Karriere ließ er beim SVW von 1989 bis 93 in der Oberliga Hessen ausklingen. So, und danach war er dann, äh, war er mal Co-Trainer und offensichtlich auch zwischenzeitlich mal... Cheftrainer von der zweiten, das war nämlich das, wo ich noch so in Erinnerung habe. Und dann wurde er halt Trainer von der, also, dann war er, was steht er, Wörstorf-Biebrich, Winkel, Frauenstein, Fontana, Finden. Ganz Wiesbaden trainiert, glaube ich. Udernheim, also der hat er ja... Ja, das ist ja auch auf der anderen Seite. das ist ja auch auf der anderen Seite. Ja, Finden auch. Ja, Ganz Wiesbaden und ganz Mainz. Ach so geil, er hat dann in der Landesligistat verpflichtet, der abgeschlagen letzter war, aber er konnte den Abstieg in die Bezirksliga nicht verhindern. Und danach übernahm er als Trainer die D-Jugend von Eltville. Das sind Biografien. Und dann hat er Eltville in die Gruppenliga geführt, so. In die erste Mannschaft aber, nicht die D-Jugend. Beide gleichzeitig. Gut, auf jeden Fall. Jetzt hat man ungefähr das Gefühl dafür, was er für einer ist. Seit dieser Saison ist er Trainer der A-Klassenmannschaft. Ja, Kreisliga A, SV Erbach, hier im schönen Rheingau. Und was er da erzählt hat, das hören wir uns jetzt an. Aber ich glaube, dass wir ein Problem haben mit denen Fußballern, die zwischen 30, also wie bei mir, zwischen 30 und 40 und dann Kinder gekriegt haben. Also ihre Frauen. Die kommen alle mit ihren Frauen nicht klar. Die müssen dann auf die Kinderacht passen. Sonders. Also ich habe da, gestern musste ich drei Stück ersetzen, die auf ihre Kinderacht gepasst haben. Also drei, die letzte Woche noch gespielt haben. Die haben ja gesagt, am Donnerstag, waren sie im Training. Ja, ich kann am Sonntag nicht. Meine Frau geht auf den Weihnachtsmarkt mit Freundinnen und ich muss auf die drei Kinderacht passen. Ich habe gesagt, bringen sie mit, ich pass auf die Kinderacht. Aber das ist, die haben alle keinen Arsch in der Hose. Ich habe gesagt, es gibt tausend von Frauen auf der Welt und ihr macht euch wegen einer den ganzen Mist kaputt. Aber gut, so ist es. Ja, in Erbach ist es ganz extrem. Also müsst ihr mal machen. Das ist wunderschön. Ich ziehe es auch durch, weil ich will den schon wieder hinschmeißen. Ja. Was sagen wir denn dazu? Es gibt tausende von Frauen auf der Welt. Das sage ich dazu. Das ist mir irgendwie geblieben. Also ich weiß gar nicht, du hast den Link, glaube ich, rumgeschickt und dann habe ich mir das erste Mal angehört oder angesehen und da wusste ich gar nicht, dass das irgendwer in der Office ist, aber ich dachte einfach nur, das ist halt ein lustiger Vogel. Ja, im ersten Moment wusste ich es auch nicht. Und ich fand die auch so, also ich fand das, also das da sozusagen mit einem Selbstverständnis, so nach dem Motto, ich meine, die Reaktion blieb mir ja so ein bisschen verhalten. Ich glaube, geschmunzelt hat jeder, aber das konnte man jetzt natürlich mit dem O-Ton nicht sehen. Es gibt ja auch ein Video, was du sicherlich verlinken wirst. Ja, das ist ein sehr langes Video. Den Link hast du, den kannst du in die Shownotes packen für ganz harte. Habe ich noch. Ja, notfalls kannst du bestimmt nochmal raussuchen. Ja, aber wie gesagt, also sie haben halt Frauen. Würdet ihr ihm eure Kinder anvertrauen, wenn ihr Fußball spielt? Ich passe auf die Kinder. Ja, natürlich. Wenn er jetzt nicht beim Fußball ist, was wahrscheinlich nicht vorkommt. Würdet ihr mit ihm auf den Weihnachtsmarkt gehen? Sonntagmittag, sehr klar. Also aus Unterhaltungsgründen auf jeden Fall. Lustig wäre es wahrscheinlich. Ja, ist ja so ein bisschen so ein traditionelles Rollenverständnis. Ja, und es gibt tausende von Frauen auf der Welt. Ist auch so nicht weit über die Stadtgrenze hinaus gedacht, muss man auch dazu sagen. Ja, gut. Wenn du jetzt halt mal so den Rheingau als deine Welt bezeichnest oder sowas, dann kommt das vielleicht sogar zahlenmäßig hin. Ja, das war auf jeden Fall ein skurriler Ausschuss. Gab es denn einen, gab es keinen Shitstorm diesbezüglich? Ich glaube, das lange Video, aus dem ich jetzt diesen Miniclip rausgezogen habe, das hatte, glaube ich, 100 Abrufe oder so. Also, das ist wahrscheinlich bis jetzt unbemerkt geblieben. 20 von uns dann. Ja, ja. Okay. Also, wir könnten jetzt lostreten, wenn wir Bock drauf haben. Das heißt, ja, wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen pushen, dann ... Also, wir könnten vielleicht unsere Influencer-Bekannte darauf aufmerksam machen. Die Verlobte von SR5. Naja, er hat ja bisher immer gespielt. Also, stell dir mal vor, SR5 gar nicht spielen, weil der die Freunde nochmal ... an die Pintwand schreiben. Sören, es gibt tausfrauben. Naja, aber er hat doch nur ... Stell dir mal vor, er würde mal im Kader fehlen, weil er irgendwie stattdessen mit der Frau auf den Weihnachtsmarkt geht. Ja, das wird sie wahrscheinlich ... Sie würde ja seine Stellung nicht untergraben wollen, weil sie sich ja darüber auch ein Stück weit definiert. Ja, da liegt doch der Fehler. Da hat er doch wieder recht hier fast. Ja. Kommt der Sache auf die Spur. Ja. Ja, das war mal ein ganz besonderer Ehemaliger. Okay. Ja, sehr schön. Ja. Ich muss zugeben, ich hatte den Namen mal gelesen, weil der halt eben in der Liste der Ex-Trainer halt ... Jetzt hast du auch ein Gesicht und vor allem eine Stimme. Ist er bei ... Auf welchem Rang ist er beim Punkteschnitt? Ich habe das ja erst erfasst, seit Wehen Wiesbaden. Ach so. Da gab es doch noch gar keine drei Punkte, der arme Mann. Oh, stimmt. Ja, wann wurde das eingeführt? Irgendwie so Anfang der 90er oder sowas, ne? Drei-Punkte-Regel? So, circa? Ja. Ja, egal. Für den gibt es wahrscheinlich immer noch zwei Punkte, dass er wieder wendet. Das war es dann also zur Kategorie Ehemaliger. Dann bleibt noch ... Ja, die Hass-Rubrik, die geht sogar ganz schnell, wenn jetzt hier schon alle auf die Uhr gucken, die geht ganz schnell, die habe ich outgesourced dieses Mal. Okay. An meinen Mitarbeiter, Frank. Dein Mitarbeiter, Frank? Mein Mitarbeiter, Frank, hat mir was geschrieben. Ah, ich habe gemacht fünf Jahre mehr? Auf Deutsch? Ja, ja, ja. Ich habe gemacht Hass-Rubrik und lese vor. Ist sie für niemals erste Liga? Hass-Rubrik? Ja, Hass-Rubrik. Ist sie für niemals erste Liga? Ich poste für alle, aber ist sie für euch? Niemals-Liga. Und er schreibt, und eigentlich müssten wir da so Lounge-Musik drunterlegen, aber ich weiß nicht, ob du die hast. Oh, muss ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Liebe Hörer, falls ihr jetzt Lounge-Musik hört, dann hat das nicht geschafft. Nein, ich soll das auch so schön vorlesen, hat er gemerkt. Beginnen wir mit den Neidern, den Hatern, die wegen eines kaputten Kondoms entstanden sind. Fickt eure Mütter, eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum. Ich schulde euch gar nichts. Meinen Erfolg habe ich vor allem wegen Gottes Hilfe erreicht. Wegen mir und wegen denen, die an mich geglaubt haben. An alle anderen, ihr seid nur kleine Steinchen in meinen Schuhen. Boah, das kann ich doch mal so stehen lassen. Da fällt mir nichts Besseres als Hass-Rubrik ein, das ist wunderbar. Mitarbeiter des Monats zusammen mit Löhmanns Röben und seinen Hornflicks. Vielleicht sogar auch Mitarbeiter der Saison. Ja, aber ich fick euren Stammbaum. Ja, das hätte ich von der Wortwahl her nicht besser mitkriegen. Ja. Einfach frei. Ja, guter Mann. Ja. Haben wir da noch was hinzuzufügen? Arno, kurz gedanklich jetzt, weil es ums Essen ja auch dann irgendwie ging. Nein, es geht um Stammbäume und die Fickung. Ja, ich war jetzt bei Pannewitz. Mitarbeiter des Monats und dicke Steaks essen. Ja, vielleicht kann der ja auch mal so ein schönes Statement dazu rauskommen. Das ist ja in der nächsten Folge dabei. Ja, sehr schön. Vielleicht verpflichten wir ihn auch noch. Den Franck? Den Pannewitz. Ach so. Den Franck wahrscheinlich so schnell nicht. Ja, das wäre schön. Der wird ja ausgeführt. Ist egal. Der Koch steht hinter ihm. Passt. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende. Endlich, endlich. Endlich, endlich, genau. Ich kündige noch mal an, falls ihr nicht genug von uns kriegen könnt, die Sonja und meine Wenigkeit, wir sind morgen wieder zu Gast bei dem Podcast Neues von der Pommes, Bruder. Aber wenn ich morgen sage, ist das vermutlich Quatsch, weil ich weiß nicht genau, wann der erscheint. Du hast ja gesagt, wann wir aufnehmen, von daher passt das. Ja, ja. Wir nehmen morgen auf, aber ich weiß nicht. Ihr werdet von uns hören, wenn er kommt. Genau. Also ihr verfolgt unsere Kanäle auf. Ich bin ja online gegangen. Richtig. Ich lasse jetzt die Sätze nur noch formulieren von meinem besten Mitarbeiter. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben schon zu Saisonbeginn. Zu Saisonbeginn. Jetzt habe ich dich angesteckt. In der Äse. Zu Saisonbeginn wurden wir schon von den Kollegen eingeladen und haben da mal so, ja, über die neue Drittligasaison gesprochen und diverse andere Podcaster von anderen Drittligisten ebenso. und jetzt zur Hinrunde oder zur Winterpause ziehen wir ein bisschen Bilanz und vielleicht interessiert euch ja auch, was die anderen Drittligisten oder anderen Drittliga-Podcaster zu ihren Vereinen jeweils zu sagen haben. Werden wir dann auf jeden Fall verlinken und verbreiten, wenn das dann in Kürze erscheint. Ich nehme an, vielleicht so gegen Wochenende oder sowas. Wer es jetzt schon mal in seinem Podcatcher abonnieren möchte, das heißt Neues von der Pommesbude. Und was wollte ich dazu noch sagen? Ich glaube, das war die Folge, wo Sonja zwölf Punkte erwartet hat aus dem ersten Spiel. Oh, das darf ich nicht unterbieten. Ja, richtig. Und, hat fast geklappt. Genau. Achso, was ich natürlich, muss ich natürlich, ihr seht dann, ihr seht das dann auf, auf unseren Twitter, auf unseren Facebook, auf unseren, allen anderen Kanälen auch. Instagram. Ja, auf Instagram, da können wir das bestimmt auch machen. Mit Foto von der Pommesbude. Mit Foto von der Pommesbude, genau. Mal gucken, was da Neues gibt. Das könnte man dann beim Dings machen. Am Ring da. Bei Walde. Walde ist Futterkrippe. Das wäre natürlich auch cool. Hallo, die brauchen wir mal als Sponsor, ey. Können wir ein LL-Foto aufnehmen. Ja, auch eine gute Idee. Genau. So, und wenn ihr Anfang Februar ins Stadion geht, zum Spiel gegen, was haben wir gesagt? Rostock. Rostock natürlich. Nehmt euch mal am Eingang ein Stadionheft mit. So. Und schaut es euch an. Ja, schaut auch rein. Genau. Ansonsten nochmal der Hinweis auf die Umfrage, auf stehblock.de, macht bitte mit. Es sind schon eine ganze Menge Antworten gekommen. Das hat mich auch sehr gefreut und auch mit netten Kommentaren oder auch guten Verbesserungsvorschlägen. Das werden wir natürlich dann zu gegebener Zeit mal hier aufbereiten und nach Willkür einfließen lassen. Ne, also wirklich, das freut es uns sehr. Könnt ihr uns auch eine Hassrubrik schreiben. Ich lese das gerne. Auch das, alles möglich. Ihr könnt uns auch, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie zum Thema irgendwas beitragen wollt oder sonst irgendwie, schickt uns auch gerne ein Audio-File. Das ist auch alles möglich. Ansonsten schickt uns Likes, Sternchen, was macht man noch so? Herzchen. Konfekt. Oder natürlich Winterkonfekt von Haribo. Genau. iTunes-Bewertungen, lauter so Zeug. Nehmen wir alles gerne. Okay, damit sind wir durch. Die erste Folge im Jahr 2019. Und wir hören uns dann wieder in der Pommesbude und dann Ende Januar, Anfang Februar wahrscheinlich. Dann war es ein Spiel Ende Januar. Genau. Dann bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.